Moin Moin und ganz herzlich willkommen bei meinem noch ladenden Kerbel Space Program. Daran erkennt man, dass der Streamer echt richtig spät dran ist. Puh, das war knapp. Moin, ich habe noch was im Savegame geändert. Ich hatte nämlich noch vergessen, den Lieberantragsreihen zu editieren. Der hatte sich letzte Folge einen Kerbel gekauft und das ist mir brühwarm ungefähr 10 Minuten vor Streambeginn eingefallen. Ich hoffe, ich habe das Savegame nicht kaputt gemacht. So, bevor wir jetzt anfangen, ich werde jetzt mal auf Load gehen, um zu gucken, ob das Savegame funktioniert. Und dann kommen wir gleich zum Hallo-Sagen-Part. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich muss gleich noch kurz checken, ob der Kerbel drin ist und dann bin ich sofort bei euch. So, ich hoffe, ihr hattet aber alle ein echt schönes Wochenende. Habt die Zeit gut verbracht. Ich muss hier mal alles noch in den Flugmodus bringen. So, bis jetzt 10 Minuten davor, 10 Minuten danach. Ja, das stimmt. Okay, der Antrag ist da. Das hat geklappt. Sehr schön. Das Savegame scheint auch nicht kaputt zu sein. Alles super. Dann mache ich hier mal kurz Päuschen und orientiere mich mal kurz. Wir hatten nämlich ganz, ganz viele Resupps. Der Zermidis hat während dem Vorspann den 18. Monat reingeschmissen. Vielen lieben Dank dafür. Der Arnold auch den 18. Monat jetzt gerade nach dem Vorspann. Und der Damon auch schon den 7. Monat mit straighten Schritten auf die 2 beziehungsweise das eine Jahr zu. Vielen lieben Dank dafür und euch weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und ich scrolle jetzt mal ganz weit nach oben. Wow. Cruise Alexa. Moin. Iko-Chan. Neo. Hi. Schön, dass ihr alle da seid schon. X-Brady. Miki, den... Oha, so viel scrollen. Den Markus, den... Oh Gott, hört mal auf zu schreiben. Los, hört auf zu schreiben. Ihr dürft jetzt nicht schreiben. Okay, hört nicht auf. Ich verstehe. Den Almisch, den Toaster, den Miki, den Torbak Junior, den Zermidis natürlich, den Andrax. Wir sprachen gerade über ihn. Seo, Mimir, Charabelpablone, Damon natürlich auch, Vasco, Fiasko, Namezahl. Du musst da einen Namen und eine Zahl hinschreiben. So funktioniert das nicht. Etienne. Oh Gott. Arnold. Lord Grimmisch. Ich hoffe, ich habe euch alle... Ich hoffe, ich habe euch alle erwischt. Ich habe euch bestimmt nicht alle erwischt. Wöller ist auch noch da. Hi, Wöller. Und der Euphor. Und der Krexis. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich leiste mir keine Blöße und habe euch alle erwischt. Keiner gar noch. Und Blackhason, Gott seid ihr viele Leute. Ich glaube, ich muss bald damit aufhören, euch allen Hallo zu sagen, sondern muss eine Auswahl rausnehmen. So. Moin. Schön, dass ihr da seid. Lange, lange Liste. In diesem Sinne erstmal, Liebes Prost. Ich habe gedacht, ich habe jetzt lange genug allen und mir selber bewiesen, dass ich nicht jeden Sonntag ein Bier trinken muss im Stream. Aber ich habe mir heute mal wieder ein Bier geholt zu trinken. Und zwar... Eine lokale Spezialität von der Ricklinger Landbrauerei. Die, die länger zugucken, kennen das schon. Kleine Brauerei. Hier um die Ecke. Und von denen ist es ein dunkles Vollbier. Das heißt einfach nur dunkel. In diesem Sinne Prost an euch alle. Und für später gibt es noch eine leckere Mate zum Wachbleiben. Vielleicht hätte ich das andersrum machen sollen, das wäre ein bisschen schlauer gewesen. So. Was machen wir denn heute? Erstmal vielen lieben Dank an den Sub von Black Carson. Ich hoffe, ich habe das eben beim Begrüßen schon ordentlich vorgelesen. Und... Nein, die Post hat das Paket zerstört. Das tut mir super leid, Etienne. Ich habe extra so verstärkte Papprollen und alles gekauft. Wie haben sie das denn geschafft? Da müssen wir ja mit dem LKW drüber gefahren sein. Oh Mann, das tut mir echt leid. Ich hoffe, du kriegst das irgendwie glatt gebügelt oder sowas. Das tut mir wirklich leid. Weil ich habe mir wirklich, wirklich viel Mühe gegeben, die super Bomben sicher zu verpacken. Ich habe sogar noch in der Papprolle, hast du bestimmt gesehen, einen Plastiksack drum gemacht, den ich zugezwirbelt habe, damit auf keinen Fall Feuchtigkeit reinkommt und so. Oh Mann, oh Mann, das tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es ist zu retten und nicht völlig im Arsch, sondern wirklich nur ein bisschen geknittert. Aufbügeln mit Anführungsstrichen zu sehen, bitte. Bitte mit Anführungsstrichen. Ach Mensch, ach Mensch. Das tut mir wirklich leid. Das tut mir wirklich leid. Ich habe mein Möglichstes getan. Der Mimi hat nämlich auch schon geschrieben. Bei ihm ist es super angekommen. Ach Mann. Das ist blöd. Nächstes Mal Stahl verstärkt. Dann kostet es leider 20 Euro mehr, weil es zu viel wiegt. Ja, was haben wir letztes Mal verbockt? Wir haben das letzte Mal versucht, eine Minmus-Mission zu starten. Das hat nur so mittelgut geklappt. Also die Körbel sind nicht draufgegangen, aber die Mission muss ich ein bisschen umspecken. Das heißt, das werden wir heute ein bisschen umbauen und dann aber auch nach Minmus starten. Was für Poster? Das war ein Gewinnspiel. Ich denke mal, da können die glücklichen Gewinner im Discord, oh, so wird es eigentlich im Discord, am meisten zu sagen. Siehst du, ne, und jetzt habe ich es doch noch vergessen, es zu ändern. Aber muss ich nächstes Mal machen. Das kommt davon, wenn man alles auf den letzten Drücker macht. Oh nein, ich wollte es nicht fliegen. Ich wollte es recovern. Nein. 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 Genau, also könnt ihr euch gerne im Discord drüber unterhalten. Also ihr dürft natürlich auch hier euch drüber unterhalten, aber hier ist es halt schwieriger mit Bilder posten. Also wenn ihr mal Bilder von den Postern zeigen wollt, tut das natürlich total gerne auch im Discord für diejenigen von euch wiederum, die dann gerne sehen würden, was das für Poster sind, die die Jungs hier gewonnen haben. Guckt doch mal ins Discord. Da könnt ihr euch angucken, was für Poster die Jungs hier gewonnen haben. So, Recover Vessel. Das wollte ich nämlich eigentlich. Also wir werden uns jetzt gleich ransetzen und einmal das Redesign machen. Ich bin gedanklich schon so ein bisschen drüber gerutscht und habe mir überlegt, ich glaube wir werden die Upper Stage ein bisschen runterspecken, einfach um Gewicht zu sparen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ausreichen wird, aber wir sollten es auf jeden Fall probieren. Und ich glaube, ich habe auch schon einen Ansatzpunkt gefunden, und zwar die seitlichen Ausleger-Tanks. Das wäre so der Punkt, wo ich glaube ich ansetzen würde, um dran zu arbeiten. Also der untere Teil ist eigentlich erstmal okay. Eventuell können wir uns die Hilfstriebwerke nachher sparen, das gucken wir uns aber nachher an. So, ich hatte jetzt hier ein relativ Location Part. Das müssen wir mal ein bisschen umbauen. Meine Überlegung war folgendes. Gut, ich gehe auch mit ab. Okay, meine Überlegung war nämlich folgendes, zu sagen, dass wir statt den 800er-Tanks tatsächlich nur die 400er ansetzen. Ich baue das erstmal fertig, bevor ich es bevor ich es vervierfache. So. Also tatsächlich den Weg zu gehen, zu sagen, ja, dann stehen wir halt auf etwas kleineren Beinen. Zack. Moin, Valkiasna. Dann stehen wir halt auf etwas kleineren Beinen. So müsste das nämlich passen. Also dann stehen wir auch tatsächlich auf den Tanks. Zack, jetzt müssen wir das Solarpanel wiederholen. Ein bisschen Glück kriegen wir auch das hier direkt wieder angebaut. Obwohl es Unsinn ist, ne? Wir sparen gerade, wir arbeiten gerade effizient. Es ist Unsinn, das zu tun. Ich muss, ich muss meine Fehler beheben und nicht meine Fehler wiederholen. So. So, das versuchen wir jetzt in der Vierfachverteilung anzusetzen. Zack. So. Das sitzt nicht ganz sauer drauf. So sieht gut aus. Dann machen wir eine Fuel-Leitung. Ein Hoch auf die KSP-Community. Das ist ein sehr gutes Hoch. Das möchte ich so unterstützen. Ich freue mich auch schon. Die Anmeldung ist zwar mittlerweile geschlossen fürs Community-Treffen, aber wir sind zehn Leute. Ich freue mich schon sehr auf Berlin und ich freue mich dann auch schon mit den Eindrücken vielleicht den ein oder anderen oder auch die ein oder andere von euch für nächstes Jahr eventuell davon begeistern zu können, mit vorbeizukommen. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, nachdem wir, also meine Erwartungshaltung war auch, dass wir vielleicht so fünf bis zehn Teilnehmer werden dieses Jahr. Wir sind insgesamt zehn, was ich sehr, sehr cool finde. Und damit ist für mich eigentlich gesetzt, wenn das jetzt nicht ein totales Desaster wird, und wir alle nie wieder danach miteinander reden, wovon ich nicht ausgehe, dass wir uns nächstes Jahr auch wieder treffen werden. Auch wieder mit zwei, drei Monaten Vorlauf und ihr bis dahin schon mal ein bisschen Eindrücke hattet vom ersten Community-Treffen, soweit wie der Rest außer mir bereit ist, Bilder zu veröffentlichen. Da muss ich dann natürlich um Erlaubnis fragen, wenn da nicht nur mein eigenes Gesicht drauf ist. Und dann werden wir das nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen. Außer es wird kacke, dann wiederholen wir es nicht. Aber wie gesagt, ich bin da, ich bin da völlig unbesorgt. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir haben hier ein Vakuum und wir haben Minmus. Und wir haben jetzt 3.210 Delta V. Das ist eigentlich völligst ausreichend. Mit genug Alkohol wird das schon. Ja, abends gehen wir bestimmt auch was trinken. Bestimmt. Ich hörte davon. Das hat natürlich der Jack organisiert, nicht ich. Ich würde niemals sowas Verwegendes tun und auf einem Community-Treff mit euch Alkohol trinken gehen. So. Dankeschön, Brady. Ich glaube, das wird ganz cool. Es haben ja auch mehrere von euch tatsächlich Interesse bekundet, die einfach auch keine Zeit hatten. Das verstehe ich natürlich auch. Passt nicht immer jedes Wochenende, aber man muss sich halt irgendwo festlegen in so einer Planung. Deshalb nicht traurig oder böse sein, wenn es dieses Jahr nicht geklappt hat bei euch. Das wird nächstes Jahr dann vielleicht besser klappen. So, und jetzt schauen wir mal, wo wir hier stehen. Also. Wir haben auf Curbin at Sea Level 1,4er Trust. Dann haben wir 1,03. Und dann haben wir schon nur noch... Da ist, glaube ich, hier ist mein Breakpoint. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich verkackt habe, dass ich hier einen Pudel reingebaut habe. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier einfach mit einem besseren Triebwerk arbeiten muss. Ich bin am überlegen, ob das hier ginge. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn wir uns das Gewicht sparen würden. Das klappt auch. Guck mal, wir haben 1,42. Und dann haben wir nur noch 0,77. Das ist mein Problem, ne? Das ist mein Problem, dass wir das nicht hoch genug gesteuert bekommen bis dahin. Tatsächlich bleibt das halt so. Das bleibt so. Okay, wir werden also die Zusatztriebwerke brauchen. Befreit uns aber nicht von der Problematik der Upper Stage. Und in der Upper Stage muss ich mich wahrscheinlich von dem Pudel trennen. Habe ich so das Gefühl. Wir gehen gleich nochmal die Delta-V-Werte auch durch. Ob ich da noch irgendwas optimieren kann. Ne, zwei hätten es getan. Thank you. Und Schmerchow. Vielen lieben Dank. Letzten Stream war es noch der Follow, wenn ich mich recht entsinne. Und heute ist es schon der Sub. Freut mich, dass du a. wiedergekommen bist und b. dann auch noch einen Sub da gelassen hast. Ganz viel Spaß mit den Emotes. Und der JoJungs haut gleich noch die 22 Monate hinterher. Kommt jetzt schon viel länger vor. Ja, es ist auch... Ich weiß, ich erzähle immer so viel. Das dauert lange und dann kommt einem das länger vor. Zwei Haupttriebwerke. Das Problem ist, ich kriege zwei Haupttriebwerke nicht so sauber raus... Rauf. Rauf, Entschuldigung. Wie ich mir das wünschen würde. Und ich habe kein so ein... Ich sage mal Zwischentriebwerk, was mich... Was mich zufrieden macht im Sinne von... Das würde ich da gerne benutzen. Deshalb nehme ich die Seitentriebwerke tatsächlich zur Unterstützung. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir die an der richtigen Stelle dazu klinken. So, dann sind wir hier nämlich bei positiver Trust-Veite-Ratio. Das passt. Ein bisschen weiter oben sind wir sogar bei mehr. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz freuen. Ich muss mal ganz kurz im Discord gucken selber auch. Ich muss nehmen kurz mein Handy zur Hand. Das spart Zeit. Dann brauchen wir auch mal nicht jetzt Discord aufmachen. Mein Rechner macht gerade so viele Sachen. Ich muss jetzt selber mal reingucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin so... Alter, was haben die mit der Rolle gemacht? Wow. Das ist nicht deren Ernst. Wow. Wow, das tut mir auf so vielen Ebenen leid. Oh wow. Da muss echt ein Stahlrohr rein nächstes Mal. Ey, wow, tut mir das leid. Also, nochmal zur Erklärung, ne? Wenn ihr die Bilder seht. Das ist nicht irgendwie so Papier oder sowas die Rolle. Das sind so richtige, das sind so Versandrollen. Die kann man kaufen. Das ist so dicke Pappe mit entsprechenden Deckeln drauf und so weiter. Die wirklich dafür da ist, genau solche Sachen zu schützen. Alter Verwalter. Da hat aber jemand richtig Vollgas gegeben. Okay, dann haben wir jetzt ein... Also freut mich, dass das Poster nicht noch viel schlimmer aussieht. Also das hätte auch richtig schief gehen können. Ähm, und wie gesagt, Neo... Äh, Neo. Ähm... Etienne, auf jeden Fall, wenn du das dokumentiert hast und auch bei der Übergabe des Pakets direkt danach dokumentiert hast, ähm, es ist versichert versendet worden. Also wenn das irgendwie in gar keinem Zustand ist, dass man das aufhängen kann, dann schreib mich bitte nochmal an. Ähm, dann müssen wir mal gucken, ob wir das mit der, äh, mit der Post abgewickelt bekommen. Ich habe alle eure Poster, äh, versichert versandt, damit bei irgendwelchen Verlusten oder sowas nicht einer von euch ohne, ohne seinen rechtmäßigen Gewinn nachher da sitzt, ne? Also wenn es, wie gesagt, ich kann das auf dem Bild jetzt nicht so gut erkennen, aber wenn es gar nicht geht, schreib mich nochmal an. Kriegen wir geregelt. Dafür gibt es ja Hashtag Versicherung. So. Jetzt schauen wir mal. Aber das ist echt bitter. Das ist echt bitter, wie die mit sowas umgehen. Das ist richtig, richtig hart. Richtig hart. So, genau. Das Problem, was wir jetzt haben, also, wenn wir hier mal ein bisschen gucken, sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Wir haben hier 943 Delta V, wir haben 1.012 Delta V, also wenn ich das zusammenrechne mit ein bisschen Verlusten, sagen wir mal so knappe 1.700, 1.800 Delta V, vielleicht 1.500, weil wir gehen erst noch in den Gravity Turn rein. Und dann haben wir 2.305 in der Upper Stage. So. Es ist so, das sieht natürlich ideal Standard aus, dass man da noch irgendwo hinfliegen kann, aber diese 0,55 haben uns gekillt, weil wir das Problem hatten, dass wir hier noch nicht weit genug auf Geschwindigkeit waren, weil das hier auch nur ganz knapp über 1.0 ist, dass uns da einfach der Schwung gefehlt hat. Und mein Vorschlag oder meine Idee, damit umzugehen, wäre jetzt quasi zu sagen, okay, wir nehmen das hier raus und gucken uns mal nach einem anderen Triebwerk um. So, wir hätten hier 64, nee, Entschuldigung, 250 Kilo Newton. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir, da kriegen wir 240 rausgepresst mit 4 Stück. Nehmen wir einfach einen Skipper, ich probiere das mal, mal gucken, was passiert mit der Stage. Wir sind immer noch bei 2030, das ist relativ fair, das ist wirklich relativ fair. Das Problem ist nicht die Booster, also die First Stage passt relativ gut. Mein Problem ist, dass ich nach oben raus nicht mehr genug Schwung aufbaue. Und jetzt kommen wir auf 2030 Delta V mit 1, Trust Weight Ratio und damit habe ich die Rakete unter Kontrolle und kann arbeiten. So. So, ich glaube, so funktioniert das. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich im Staging nichts zerstört habe. Muss noch mal gucken, dass alles sauber gestruttet ist. Wir sehen aber gut aus, wir sehen gut aus. Mann, sehen wir gut aus. Okay, und wir können auch ein bisschen mehr Solid Fuel mit reinnehmen. Das Gewicht hat sich nämlich dadurch ein bisschen geändert. Wir haben ja oben Treibstoff rausgenommen, deutlich reduziert. Das Gewicht nehmen wir jetzt in die Solid Fuel Booster, dann brennen die etwas länger. Und dann haben wir hier mehr Zeit nochmal zu beschleunigen. Ich prüfe nochmal, ob wir hier noch sauber sind. 1,30 ist auch völlig okay. Also mal so als Richtwert immer so zwischen 1,2 und 2 Trust Weight. 2 Trust Weight beim Start, aber nicht, wenn ihr Feststoff Booster benutzt, weil ihr die nicht steuern könnt. Mit einem Flüssigtriebwerk könnt ihr die 2er auch nehmen, weil ihr könnt ja runtersteuern. Und dann geht das. Let's survive. Ich glaube, ich habe dich ein bisschen bei lauter Quatsche übersehen. Vielen lieben Dank für den Sub oder den Resub im zweiten Monat. Dankeschön und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wann auch immer das passiert ist. Im Redefluss. Ich glaube wahrscheinlich, während ich über die Post gehetet habe. So, jetzt müssen wir unsere Leute wieder reinpacken. Ne, halt, halt, stopp, halt. Auto strutten. Heaviest Part, das passt. Heaviest Part, das sieht alles ganz gut aus. Heaviest Part. So, die Dinger müssen wir nochmal strutten. Die strutte ich allerdings gegen ihr Grandparent Part. Also, dass die gegen die Mitte gestruttet sind. So. Jetzt noch was Staging. Und dann haben wir das. Das wird eins beste. Eins super beste Minimus Mission ever. Also, wir starten mit Haupttriebwerk und zwei Boostern. Und das Ganze hat dann ein Trust Rate Ratio von 1,30. Brennt in 63 Sekunden. Gibt uns 1010 Delta V. Die wird es uns natürlich nicht ganz geben. Wegen Verlusten gegen die Schwerkraft. Aber da sind wir gut unterwegs. Dann gehen wir rüber auf die nächste Stage. Wahrscheinlich auch schon ein bisschen höher. Also, da werden wir es wahrscheinlich schon so oft 10 Kilometer oder sowas geschafft haben. Da sind wir mit 1,0. 1,17 Trust Rate Ratio immer noch positiv. Brennen nochmal ungefähr 66 Sekunden. Das ist halt quasi der Rest Treibstoff, den wir in der mittleren Stufe noch drin haben. Wird vielleicht ein bisschen mehr sein, weil ich auf den Boostern vom Druck vom Gas nachher ein bisschen runter gehen kann. Um nicht zu viel Druck zu erzeugen. So, und gehen dann auf die nächste Stage. Da werden wir sicherlich schon so eher in der Höhe 20 Kilometer unterwegs sein. Mit 1,38 Trust Rate Ratio ist für die Upper Stage super. Haben Burn Time von 110 Sekunden und 2023 Delta V. Das bringt uns locker in Orbit. Da werden wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen Sprit nehmen können für die Inklinationsanpassung. Genau, irgendwo auf der Upper Stage machen wir dann auch das Fairing auf. Das klingt auch wie ein sehr fairer Deal. So. Ach, wisst ihr was? Ich habe fürs Bauen was vorbereitet. Wartet mal. Jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert. Magic. Ich habe nämlich schon befürchtet, dass... Vielleicht ist euch aufgefallen, ich habe das hier räumlich ein bisschen verändert. Vielleicht ist euch aufgefallen. Es verdeckt halt links und rechts ein paar Sachen. Und ich habe nicht daran gedacht, dass das vielleicht passieren könnte. Dass ich links und rechts Dinge verdecke. Und jetzt passt auf. Pass auf. Ich muss nur kurz den Knopf drücken. Wow. Ich habe mich mal eingefahren. So, dann könnt ihr nämlich alles sehen. Dann kann ich nach dem... Nach dem... Kleine Spiele rein. Kann ich mich nach dem Bauen wieder dazuschalten. Mich wieder ausfahren quasi. So. Das sieht alles ganz gut aus. Fairing auf. Zack. Dann kommt hier... Jetzt sieht man das nicht so gut im Fairing. Das hat es natürlich... Endlich ist das störende Fenster weg. Ich hasse euch so sehr. Warum seid ihr denn eigentlich so zu mir? Magic. Okay, weiter im Text. Also, wir haben hier den Decoupler. Da das Triebwerk. Zack. Das Ganze hat dann natürlich ein Trust Rate Ratio jenseits von Gut und Böse. Aber der wichtige Part ist, es hat eine positive Trust Rate Ratio am Minmus. Und damit können wir dann super gut landen. Und können mit diesen 2.172 Delta V, das sind die Außengondeln, können wir die gesamte Minmus Landung, also den Flug rüber, die Landung an Minmus und so weiter. Das können wir ganz gut abfrühstücken. Eine kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, es sind sogar 2 oder 3 Hops in andere Biome noch möglich. Das werden wir dann sehen. Deshalb hoffentlich einsbeste Minmus Landung. Und dann haben wir in der mittleren Stage noch ungefähr 1038 Delta V übrig. Immer noch mit einer 16,74 Trust Rate Ratio. Das reicht locker, um vom Minmus nach Hause zu kommen. Lässt uns sogar noch ein bisschen Toleranz übrig für noch einen winzigen Hop oder sowas. Und last but not least können wir uns dann abtrennen und in die Atmosphäre eintreten. Wir haben genug Fallschirme dran, das haben wir auch schon getestet. Wir haben einen entsprechenden Bremsfallschirm, auch das haben wir schon getestet. Jetzt müssen wir nur noch die Crew zu laden. Und da können wir jetzt mal gucken. Wir werden auf jeden Fall... Tja, ich überlege gerade, wollen wir... Ja, kommt. Wenn der Antrag schon neu im Programm ist, dann soll er auch den Flug machen. Obwohl... Ah, nee, wir hatten gesagt, wir nehmen Valentina um das Level 2. Wir machen erstmal Level 2 über Valentina voll. Und dann kommt Antrax im nächsten Flug dran. Erstmal unser Profipersonal. So, dann nehmen wir noch den Engineer mit und den ShineTist. So. Strom haben wir wieder angebaut. Wir haben... Ich check nochmal Live-Support. Wir haben 27 Tage Supplies. Wir haben über ein Jahr Habitation. Das sieht alles ganz gut aus. Also eigentlich... Popeln. Ohne Popeln. Das ist ohne, dass es einer sieht. Sehr schöne Idee. Sehr schöne Idee. Ich kann auch einfach was trinken. Passt auf. Wechsel. Du fragst wahrscheinlich, warum dieses Fenster hier nur bei bemannten Flügen erscheint. Oder welches Fenster? Dieses Kerbal-Engineer-Fenster. Das hat was damit zu tun. In den Settings musst du das hier, also Settings in der Fab, auf Partless stellen. Dann geht es auch ohne Teile. Wenn du das nicht tun müsstest, dann musst du einen Engineer mitnehmen. Falls das deine Frage ist. Also einen Ingenieur. Oder du musst das entsprechende Teil anbauen. Jetzt frag mich aber bitte nicht, wo es drin ist. Irgendwo gibt es ein Kerbal-Engineer-Teil. Es ist bei Control. Ich glaube, bei Command & Control ist es normalerweise mit drin. Meine ich. Das, was du ausgeschaltet hast. Welcher Kerbal war denn im Fenster zu sehen? Ach so. Ja. Hm. Äh, äh. Auch nicht nett. So. Gut. Ich glaube, bei Science ist es mit drin. Ah ja, genau. Also wenn ihr mal mit dem Ding... Also ich hab's halt immer vergessen. Deshalb hab ich's irgendwann mal in der vorletzten Karriere schon ausgeschaltet. Weil's mich in den Wahnsinn getrieben hat. Also einfach ganz persönliches Fasanen. So hab ich irgendwelche Action-Groups gehabt, die ich mir merken sollte. Licht, okay. Ansonsten nix. Alles klar. Dann ab dafür. Okay. Sind wir ehrlich? Er ist... Er ist nicht mehr der erste Versuch. So, äh. Ich wär sehr dafür, dass das diesmal funktioniert. Eigentlich hab ich alles dafür getan. 90.000 ist auch echt keine Sache. Ich geh jetzt noch einmal gucken, ob's irgendwelche Sachen noch gibt, die wir für, ähm, für den Start an sich mitnehmen können. Und, ähm, da wäre so meine Überlegung irgendeine Minimus-Mission oder sowas. Mit New Surface... Launched the Kerbin Space Station. Uh, prinzipiell. Eine gute Idee. Äh, Moon, Moon... Turisten ist heute nicht. Okay. Ach, viel Zeug. Ähm, ich glaube, die reservieren wir uns schon mal. Kerbin Space Station werden wir auf jeden Fall aus Science-Gründen tun. Den reservieren wir uns schon mal. So, aktiv haben wir jetzt also Explore Minimus. Flyby Minimus. Vielleicht können wir uns dann direkt den nächsten schnappen. Wir ziehen das hier einfach stumpf in einem Flug durch. Auf geht's. Mal gucken. Ich hab bestimmt irgendwas vergessen. So, den Raketennamen, der ist, äh, den hat sich, äh, jemand anders gewünscht. Den habe ich nicht zugestimmt. Ich habe diese Entscheidungsfindung von mir abgegeben. So. Starten wir, oder? Ich hoffe, dass das nicht schief geht. Valentina, Neo und Bob. Das sieht gut aus. Dann, let's rock'n'roll. Auf geht's nach Minimus. Ich habe das Bier schon vorgestellt. Das ist, äh, von der Ricklinger Landbrauerei. Das ist ein kleines Café um die Ecke. Ähm, das heißt einfach dunkel. Das ist ein dunkles Bier. Das ist ein dunkles Vollbier. Das ist, äh, spannender wird's nicht mehr. Das hat auch nicht besonders viel. Das ist einfach so eine, so eine kleine Lokalbrauerei. Ja, job, job. Wie gesagt, die, die schon länger zugucken, kennen auch schon die ein oder andere Biersorte von denen. So, ich würde sagen, wir starten erstmal Richtung Orbit. Volle Konzentration. Wir wollen es nicht nochmal versauen. Und los. Bis hier haben wir nicht schlecht. Leichte Neigung in Richtung 90 Grad. Wir geben ihm seinen Turn. So, ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Trust-Welt-Ratio bei 1,6. Ich glaube, die lasse ich heute auch mal durchlaufen. Ähm, ohne ihn groß zu limitieren. Er soll ruhig schön Sprit rausbrennen. Bevor wir ihn wieder unter Kontrolle nehmen. So. Turn läuft. Wir sind bei 5 Kilometern Höhe. Halber Gravity Turn ist durch. Das sieht sehr gut aus. Auch die Berechnung mit. Wir werden oft ca. 10 Kilometern die Booster abwerfen. War nicht ganz falsch. Okay. Wenige Sekunden noch bis Booster-Sap. Wir kriegen erst Überschalleffekte. Und Booster raus bei ziemlich exakt 10 Kilometern. Sieht gut aus. Okay, wir sind bei 1,24 Trust-Welt-Ratio. Leichte Korrektur, was den Vektor hier angeht. Der gefällt mir nicht ganz. Aber ansonsten ist es echt in Ordnung. Sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Und ich weiß, dass diesmal zumindest uns die Upper Stage nicht verlassen wird. Weil sie deutlich mehr Booms dahinter hat. Okay. Sieht sehr schön aus bisher. Sieht sehr schön aus. Gravity Turn kommt rum. Apo Ups. Das geht über die 30 mittlerweile. Wir gehen gleich auf die Upper Stage. So hätten wir es, glaube ich, beim ersten Mal bauen sollen. So hätten wir es beim ersten Mal bauen sollen. Wahrscheinlich. So, schön flach. Die ganze Geschichte jetzt gleich. Ich lasse ihn einfach weiter drehen. Das sieht alles gut aus. So, ich nehme ein bisschen Schub raus. Damit er noch flacher mit der Nase gehen kann. Aber das passt. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Okay. 20 Grad. Klingt nach einer guten Maßnahme. Und wir gehen auf die nächste Stage. Und schieben uns mit der Locker flockig in den Orbit hoch. Lass das Ferring noch einen kurzen Moment zu, bis wir die 50 Kilometer durchbrochen haben. Dann werde ich einmal kurz vom Schub runtergehen. Und das Ferring aufmachen. So, Freunde. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt nicht noch irgendwas anderes verbockeln. Da sind wir ja fast schon auf dem Minmus. So, kurz mal Ferring auf. Und weiter geht's. So, und dann würde ich nämlich hier mal die Habitations anwerfen. Um zu überwachen, ob wir strommäßig safe sind. Das sieht aber gut aus. So, gut aus. Im Moment zumindest sind wir das. Also, safe meine ich. Ach, genau. Wir hatten auch die neue Strategie freigeschaltet. Ich glaube, wir hatten investiert in... Wie hieß es? Wir hatten investiert in To Boatly Go 2, meine ich. So, bei 100 Kilometer mache ich zu. Sehr schön. So, ich sehe gerade. Hier so. Bin ich ein bisschen durchsichtig. Das muss ich noch korrigieren. Da ist irgendwas mit dem Filter vom Greenscreen nicht ganz in Ordnung. Wie viel Zeit haben wir? Sieben Minuten. Na, da können wir doch mal ganz kurz... Erste Regel, nicht mitten im Livestream an Dingen rumbasteln. Oh, da ist auch was nicht ganz okay. Was ist hier los? Ah, die Kamera hat aber auch irgendwie so ein kleines Problem, dass sie nicht macht, was ich will. Ich sage nämlich immer wieder, bitte nicht autofokussen, sondern bitte so weitermachen. Wie bisher, aber das ist... Leider... Sieht ihr das anders? So, Chroma Key. Schauen wir doch mal. Woran liegt's? Ich glaube, so ist es besser. So. Ich glaube, so ist es ein bisschen sauberer. Papapapapapa. Ja, genau. Schönes... Schönes zurück in die Zukunft. Schöner zurück in die Zukunft. Seitenhieb, sagen wir mal so. Okay, ich glaube, wir sind echt gut unterwegs. Hatten wir hier irgendwelche Recycler? Ich glaube nämlich nicht, dass wir das hatten. Ich gucke aber sicherheitshalber nochmal nach. Ich glaube, wir hatten einfach einen Haufen Essen mitgenommen. Ich könnte mich nicht an Recycler erinnern. Wir haben hier die ganzen Standard-Laboreinrichtungen. Ne, sieht alles gut aus. Das ist alles nur Forschungskram. Alles bestens. Check. Und einmal wieder zu. Und dann coasten wir... Und das sieht auch gut aus, was den Rectic Charge angeht. Dann coasten wir jetzt auf die... Auf die Apo-Ups zu, um dazu... den Orbit rund zu machen. Also nochmal einen kurzen Boost zu geben. Und dann sollte die Sache laufen. So, geradezu funktionierte auch. Sehr schön. Ich denke, wir haben eine Mission, liebe Freunde. Ich denke, wir sind auf der guten Seite der Macht gelandet. Und können uns hier... Eine schöne Minimum-Mission daraus basteln. Ja, ihr seid ja... Ihr seid mit großem Spaß an der... An der Expedition mit dabei, oder? Mal kurzes Feedback so. Also meine Vermutung ist... Mir scheint das ja echt gerne zu machen. Was mich freut, muss ich sagen. Es ist überhaupt keine... Überhaupt keine Gängelung. Ja, im Moment fällt sie immer um. Aber es ist halt dann spannend, wer überlebt. Ne, das wurde noch nicht gefixt. Ich glaube, die haben auch echt andere Prioritäten. Ich werde mir tatsächlich... Sobald ich mal ein bisschen Zeit habe... Ich habe dieses Wochenende erstmal das Overlay gemacht. Sobald ich Zeit habe... Huch, das war nicht, was ich tun wollte. Sobald ich Zeit habe... Also wahrscheinlich... Ich hoffe, irgendein anderes Wochenende sieht im Moment echt finster aus. Ich habe hier irgendwie dieses... Also der August ist bei mir halt irgendwie total eigenartig. Ich bin nächstes Wochenende auf einer Feier bei meiner Schwester. Das Wochenende nach... Was war da? Ach so, da war ja... Community-Treffen in Berlin. Und dann bin ich noch auf einer Hochzeit. Oh, es ist volles Programm. Das ist auf jeden Fall ein volles Programm im Moment. So, Orbit haben wir. Ich würde sagen... Wir gucken mal nach Mimus. Ja, aber ich versuche natürlich, irgendwo auch die Zeit zu finden, diese Sachen anzupassen. Mein nächster Schritt wäre jetzt, nochmal zu gucken. Mit einer anderen Variante des Streamlap-Bots nochmal zu arbeiten. Um auch dieser Sache noch Herr zu werden. Ich habe ja noch... Ich hatte es ja auch schon mal angeht. Ich habe ja noch so ein paar andere Ideen, Schrägstrich Vorstellungen, was ich gerne noch machen möchte. Also, dass ich mit Kerbel Dollarn zum Beispiel sowas wie... Ähm, diese Sub-Sounds, also dieses Apollo-Start-Ding oder sowas. Oder so ähnliche Dinge halt abspielen könnt. In passenden Momenten. Warte mal, ich muss hier runter. Aber das geht mit dem Cloud-Bot nicht. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Ähm, dass ich den anderen Streamlap-Spot nehme. Und vielleicht hat der dann auch so ein Spielchen. Aber das probiere ich alles noch aus. Das kriegen wir, bis es wieder kalt ist draußen, kriegen wir das hin. So. Zack. Da ist unser Maneuver. Dann drehen wir uns doch schon mal. So, Electric Charge ist jetzt gerade nicht so richtig gut. Klar, wir sind... Wir haben noch keine Tracking-Panels und wir sind jetzt gerade ganz blöd ausgerichtet. Das sollte sich aber gleich fangen. Moin, Crazy. Na, wann hast du dich denn reingeschlichen? Okay, der halbe Chat ist mit dir vorgespammt. Das hätte ich vielleicht bemerken können. Frostige 28 Grad. Also, ich muss zugeben, ich lasse sie nur noch sehr niedrig laufen. Aber ich benutze die Klimalape noch. Unterm Dach ist es noch ziemlich, ziemlich pupsig. Aber das ist halt auch, weil die Isolierung natürlich die Wärme drin hält. Da wird es halt nicht besser von. So. Zack. Und jetzt können wir zum nächsten Mal nur walken. So, jetzt schauen wir mal, ob wir eine Nacht überstehen. Aber müssen wir gar nicht. Wir zünden ja zwischendrin sogar das Triebwerk. Aber das sieht auch ganz gut aus. Wir sind fast schon wieder auf der Sonnenseite. Und wir haben noch relativ viel... Relativ viel Strom übrig. So, ich... Time Warp noch mal ein ganz kleines Stück an das Manöver ran. So. Los geht's. Locker aus dem Handgelenk geschüttelt, das Manöver. Sehr schön. Damit haben wir die Inklination durch. Ich glaube, wir haben sogar noch mehr als genug Zeit für den Abflug. So, wir müssen aufpassen, dass wir in 27 Tagen zurück sind. Also plus noch ein bisschen Puffer natürlich. Ähm, aber wir sollten das nicht zu sehr übertreiben. Jetzt schauen wir mal. Ah, Volltreffer. In... Neun Tagen. Das sieht gut aus. Auch das sieht gut aus. 325 Kilometer. Das ist ein sehr schöner Vorbeiflug. Acht Tage, vier Stunden. Den nehmen wir so wie er ist, nehmen wir den. So, wir haben jetzt einen Burn von knapp 900 Meter pro Sekunde. Den werden wir nicht mehr ganz auf dieser Zwischenstufe machen. Sondern dann beginnen mit der Minimus-Stufe tatsächlich auch zu fliegen. Ist aber auch nicht wild. Das sieht aber tatsächlich gut aus. So. Zwei Minuten. Die geben wir ihm. Joa, Freunde. Man darf gespannt sein. Man darf wirklich gespannt sein. Oh, ich muss hier ein bisschen gucken. Ich sehe gerade. Gibt es noch so eine kleine... Das sind halt so Sachen, die sieht man dann erst, wenn man die Manöver macht. Bup, bup, bup. So ist besser, ne? So kann man die Zahlen sehen. So kann man die Zahlen vernünftig sehen. Auch mit den Einheiten. Und ich kuschele mich auch ein bisschen näher... ...an die Curls ran. Tustada, haben wir in dem Moment... ... haben wir genau das gleiche gedacht. Ich habe nämlich auch so drauf geguckt und habe gedacht so... Ah, shit. Da fehlt hinten was. Das wird mich ja richtig nerven, wenn ich mir das die ganze Zeit angucken müsste. Also es ist schön, dass wir ähnliche Probleme haben. So. Ich hatte schon mit sowas gerechnet. Deshalb ändert man solche Sachen eigentlich nicht kurz vorher. Aber... ... hier wird im letzten Moment noch mit Sachen rumgestrickt. Eventuell muss ich da aber noch mal ein bisschen kleiner gehen, tatsächlich. So, zack. Los geht's. So, Restformanöver jetzt mit... Man kann den Navball auch verschieben. Stimmt, das ging auch irgendwie, ne? Wie war denn das? Man konnte ihn irgendwo anlocken. Aber wie war denn das? Dass man den Navball verschieben konnte? Ach, das war aber auch ein Mod, meine ich. So, sehr schön. Das geht auch zuerst über die äußeren Tanks. Das funktioniert also alles wie gedacht. Und so. Ah, John Lowe, das hast du falsch verstanden. Das sind die Landebeine. Und gleichzeitig Außen-Tanks. Das ist quasi multifunktional. Multifunktional. Und damit fliegen wir jetzt nämlich... ... noch dem Minmus hin. Das sieht auch noch ganz gut aus. ... sehr, sehr schön arbeiten können. Jetzt guck mal sogar noch mal einen ungewollten Moonencounter, wenn wir das nicht noch korrigieren würden. Wir fliegen natürlich in eine Minmus-Umlaufbahn. Wir fliegen natürlich in eine Minmus-Umlaufbahn, wenn wir das nicht noch korrigieren würden. ... dass das verdeckt ist. Aber wie gesagt, man muss Veränderungen auch mal ausprobieren, um zu sehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist jetzt, glaube ich, Mühe zu groß. Halt einfach, komm, wir nochmal anpassen. Neo weiß ja Bescheid. Nimm mal nochmal ein paar Pixel runter. Bisschen kleiner muss es, glaube ich. Bisschen kleiner muss es, glaube ich. Aber das sind so die Sachen, das merkt man halt erst, wenn man das Overlay benutzt. Und da bin ich relativ entspannt, muss ich sagen. Weil man kann sich jetzt da irgendwie total verkopft 200 Jahre lang eine Planung machen, wie viel Pixel das breit sein muss. Oder man baut es einfach, probiert es in dem Stream aus, guckt sich an, was die Probleme sind und korrigiert es dann halt. Das sehe ich super entspannt. Na, gar nicht schmaler. Ich glaube, die Abmessung finde ich eigentlich okay, Neo. Ähm, vielleicht müssen wir es ein bisschen kleiner tatsächlich ziehen. Also ein bisschen runterscallen. Ähm, schmaler. Also nur schmaler würde ich es jetzt nicht machen. Das sah mir zu, wie soll ich das sagen, zu gedrungen aus. Gedrungen ist auch das falsche Wort. Ausgehärmt. So. Manöver ist check. Wir sind bei 365.000 Minimus P-Geopsis. Das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt können wir hier mal auf den Science here and now gucken, was der so sagt. Der sagt, oh Gott. Warum hast du das alles noch nie gemacht? Worauf ich sage, na los. Lass uns anfangen. Aber ich glaube, ich kann die... Äh, der spinnt doch schon wieder. Natürlich habe ich das alles schon gemacht, oder? Also, Temperature Scan in Space Near im Leben nicht. Die habe ich natürlich schon gemacht. Ich gucke mal das andere rein. In Space Near Kerbin's Water Okay, ist schon passiert. In Space Near Kerbin. Okay, da gibt es ganz wenig Dinge. Also im Prinzip nur das Orbiter Teleskop sollten wir die Badlands Tundra Ice Caps Das können wir schon mal ausschließen. Badlands oder Tundra glaube ich auf dem Ding hier auch nicht. Jetzt sind wir auch schon in Space High High Over Kerbin Und da sind wir auch durch mit den Sachen. Alles gut. Klicken wir so an. Die verledigten Dinge verschwinden haben. Jetzt hat er sich auch gefangen. Goodie. Wir sind soweit safe. Strom läuft. Also eigentlich spricht gerade nichts gegen einen Zeitraffer. Da so hin. Klar, die Supplies bluten jetzt langsam raus. Aber das sollen sie ja auch. So, und jetzt kommt unser heroisches Encounter. Ich würde das jetzt gleich noch ein bisschen anpassen schon mal. Dass wir in den coolen Flyby einschwenken. so. Zack. Zack. Und ich würde gerne ein bisschen nachhelfen. Lasst uns auf 50 Kilometer ungefähr runtergehen. Jawohl. Okay. Das sieht gut aus. Optimum. So, dann müssen wir uns gleich noch ein bisschen drehen. Also Supplies dürften durchhalten. Strom mit Habitation sieht auch sehr gut aus. Ich glaube, da wird eher der spannende Part, was nachher nochmal ist, wenn wir die Seitenpots nicht mehr haben. Aber dann haben wir die großen Panels. Da muss ich nur ein bisschen mehr mit arbeiten. Also aufpassen, dass die dann auch wirklich in der Sonne stehen. Wechseln. Ich werde eh landen. Also von daher ist es nicht so wild. Ich gehe Äquatorial rein. Und werde dann zur Landung ansetzen. Mal gucken, was es so gibt. Ist nicht die große. Wir bleiben im Orbit Mission. Und wenn ich lande, bin ich da immer relativ schmerzfrei. Polar nehme ich meistens, wenn ich eine reine orbitale Beobachtungsmission mache. Dann nehme ich Polar, damit ich halt alles abgrabeln kann. Mein Plan ist aber heute tatsächlich zu gucken, dass wir gleich, wenn wir den Flyby haben, direkt wieder in Mission Control gehen. Gucken, ob wir die Orbit Mission kriegen können. und dann gucken, ob wir die Landungsmission kriegen können. Also ich würde das gerne alles missionsbasiert machen im Idealfall. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. wenn nicht, kriegen wir zumindest für die Achievements relativ viel Kohle. Das heißt aber, eigentlich dürfen wir, eigentlich müssten wir aus Prinzip keine Flagge stellen. Aus Prinzip nicht. Damit wir für das Escapen der Einflusskraft von Minmus auch nochmal einen Bonus bekommen. Wir heben uns das auf. Wir heben uns die Flagge auf. Erinnert mich mal dran, wenn ich irgendwie so wirke, als ob ich gerade eine Flagge aufstellen möchte, schreibt mich an. Sagt mir, dass ich das nicht tun soll. So. Zwei Tage noch. Jetzt müssen wir den Strom wieder zurechtdrehen. Das sieht nämlich gerade nicht so gut aus, wie es ist. Hier sollten eigentlich auch keine Experimente sein. Wir sind immer noch high over irgendwas anderem. So. Zwei, drei, drei. Sieht gut aus. Strom lädt auf. Dann. Los geht's. Da kommt Minmus. Hier kommen wir. So. Sea of Influence Change. Check. Unser erster Minmus-Flug. Well played, Wöller. Well played. So. Zack. Damit sollten wir nämlich die ersten Sachen erledigt haben. Wir haben jetzt Talk about Close Encounters. Any closer. Bla. Explore Minmus ist durch. Zack. Die Kohle haben wir. Den Bonus für ersten Flyby von Minmus haben wir auch gekriegt. Und Minmus Program ist logischerweise nicht länger available, denn wir haben das ja schon aktiv. Jetzt zurück zum Space Center. Jetzt sollten wir mal gucken, was missionstechnisch möglich ist. Was uns die Party jetzt ziemlich versauen könnte, wäre irgend so ein docke Dinge zusammen. Orbit Minmus Return to Kerbin from Orbit of Minmus shitty. Die ist natürlich erst abgeschlossen, wenn wir aus dem Orbit zurück sind. Aber die Bonis bringen mehr. Ich hätte erst die Orbit-Mission fliegen sollen. Brechen wir es jetzt nochmal ab? Brechen wir es jetzt nochmal ab und setzen nicht zur Landung an? Das ist die große Frage. Ja, machen wir. Ist ein bisschen schade um den ganzen Sprit, aber wir verdienen uns eh gerade dumm und dämlich. Ich schwenke jetzt noch im letzten Moment in Polarorbit ein. Wir haben es ja. Wir haben es ja. Wir werden tatsächlich nicht landen mit dem Gefährt. Werden jetzt doch nicht landen. Ich will das Maximum an Kohle rausholen. Wir haben jetzt eine erprobte Rakete. Wir können mehr Körbels trainieren. Es gibt eigentlich nur Vorteile bei der ganzen Nummer. Das heißt, wir schwenken jetzt innen Polarorbit rum, solange wir noch ein Stück weit draußen sind. Und nutzen die viele Zeit, die wir mitgebracht haben, lieber. So, nicht zu tief. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo hier InSpace Neer beginnt. Ich würde es mal so probieren. So, dann machen wir das hier gleich. Okay, aber wir haben den Auftrag, Minmus zu Orbiten. Das ist schon mal okay. 30 Kilometer doch so tief. Haschie, da müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Das ist jetzt nicht wild, aber ist das schon orbital genug? Ja. Das ist die Zeitraffer natürlich nicht ganz so toll. Ich denke mal, über 25 wird ein bisschen besser sein. So. Dann Mock wieder, ne? Dann bringen wir uns jetzt in eine Orbital-Mission erstmal rein und bringen die dann nach Hause zurück. Damit haben wir dann immer noch genug verdient und haben vor allen Dingen auch dieses ganze Escape the Gravitational Influence gedöhnt. auch noch als Erfolg mit 400% Bonus weggefeiert und holen uns dann nochmal die Kohle für eine echte Minmus-Landung in der nächsten Mission. So. 26 Kilometer, das sieht gut aus und jetzt sollten wir mal gucken, was wir so tun können. Das sollten jetzt aber echte Dinge sein. Das haben wir nämlich wirklich noch nicht gemacht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal den ganzen Wissenschaftskram durch. So. Hatte ich eine Antenne mitgenommen? Ne, ne? Das habe ich wieder unter der Kategorie Niemand braucht eine Antenne verbucht, glaube ich. Na gut, nehmen wir es halt mit. So. Temperatur. Oh, ich könnte die Rakete, die Oberfläche meiner Rakete als Wehrbeträger benutzen. Das ist ganz hervorragend. Sollte ich für das nächste Mal tatsächlich in Erwägung ziehen. Zack. Aber das ist nicht so schön. So. Minty Gelatine is sweet. Oh ja, ich habe schon mehr Book of Ice. Ich habe schon mehr so Book of Ice. So, jetzt. Ich hatte das, glaube ich, so gebaut, dass es exakt passt. Yes. Diese Rakete ist quasi bis auf das leichte Clipping an der an den Türen weil die Base einfach ein bisschen komisch sind ist die eigentlich ganz gut gemacht. Eigentlich passt alles so aneinander vorbei. Eine Antenne von einem Satelliten. Was für ein Satellit? Ich verstehe die Frage nicht. So, jetzt müssten wir eigentlich alle Experimente gefeiert haben. Haben wir. Dann darf der liebe Bob jetzt seines Amtes weideln. Weideln? Weideln? Walten. Meine Güte. So, Bob. Ich gehe mal Experimente einsammeln und resetten. Und gleichzeitig machst du auch mal den den Crewreport hier oben raus. So. Tanktator. Sehr schön. So, hier gibt es nur den. Tanktator. Oh, die können ja eigentlich draußen bleiben. Ich mag diesen Mystery-Gur, den man wirklich sehen kann. Ah, der hat wahrscheinlich wieder zwei Ladungen, ne? Schon mal mehrere Ladungen zu haben. So, jetzt vorsichtig, damit ich das nicht abbreche. Ne, bei Minus habe ich noch keine Satelliten. Da war ich noch nicht. Das ist ja eine ganz frische Karriere. Das ist die fünfte Folge. Irgendwie sowas. Ganz, ganz frisch auf jeden Fall. So, jetzt muss ich meinen Eingang wiederfinden. Ich glaube, irgendwo unter den Antennen waren. Okay, jetzt können wir erst mal Low Over gehen. Okay. Okay. Falls irgendwas schief geht, ist die Science in der Kapsel drin. Das ist jetzt nicht so, als ob ich irgendwie Bob gerne umbringen möchte, aber die Kapsel ist halt einfach stabiler. rwps hatte ich eingesammelt, klar, klar. Ähm, man kann sich, äh, ich habe das ein bisschen geändert, man kann sich gerne einen Kerbonauten kaufen für diese, äh, was sind's, 1000 Kerbel-Dollar? Meine ich, sind's. Äh, Ausrufezeichen Perks, äh, gibt euch eine Liste, was was ist, oder wie viel was ist, und da könnt ihr die gerne nutzen und die einlösen, und dann könnt ihr, so wie der Antrax und der Neo auch, Teil dieses Raumfahrtprogramms werden, aber dieses Wer wohin fliegt, das hat sich im letzten Colonization nicht als besonders praktikabel erwiesen, weil ich am Ende entweder nur noch darauf achte, oder ich einfach dahin fliege, wo ich Bock drauf habe. Genau. Und, äh, ich habe das für diesmal einfach so gemacht, dass ich jetzt sage, ich fliege euch daheim, wo ich Bock drauf habe. Das macht's für alle Beteiligten einfacher, also vor allen Dingen macht's das für mich einfacher, und ihr könnt euch halt aussuchen, ob ihr das machen wollt, und. So. Zack, jetzt sind wir natürlich erstmal kurz aus dem Strom raus. So. Gehen jetzt erstmal an die Pirapsis ran und bremsen uns in den Orbit rein. Das dauert noch einen kurzen Moment. Jetzt gehen wir schon über den Pol drüber. So. Sollten noch High-Over sein. Genau, wir fallen jetzt gleich. Aber ich kümmere mich erstmal um den Orbit, danach können wir in Ruhe alles einsammeln. Euphor, das geht mit Ausrufezeichen Redeem. Leider gibt's auch von dem Bot keine Helpliste, das ist auch nicht besonders hilfreich. Ausrufezeichen Redeem und dann Körbel dahinter. Und dann ist das erstmal schon registriert, und dann schreib's mir am besten im Discord danach, sobald du das gemacht hast. Redeem mit R-E-D-E-E-M Dann schreib's mir im Discord oder sowas, oder hier auf dem Twitch-Chat nochmal bitte wie der heißen soll und, oder sie heißen soll, und was für eine Klasse es sein soll. So. Herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Körbel. Und jetzt bremsen wir. Ja super, da haben wir echt viel Sprit für eine simple Orbit-Mission. So, jetzt gehen wir einmal um die ganze Geschichte rum. Ich mach jetzt mal einmal die ganzen Wissenschaftssachen nochmal fertig. Because of Reasons Report. Check. Oh Freunde, das wird das wird klingeln in der Wissenschaftsgasse. Klingeln wird es. Das wird auch ganz safe in den 30 Knüter. So. Und danach kommt ja dann eh nur noch der Kram. Oh, das ist mal so gut. Schon abgeprallt. Danach kommt ja eh nur noch der Kram, der ähm Biom-sensitiv ist. Also sprich Objektiv-Teleskop und EVA. Das kann man dann immer ganz gut miteinander kombinieren. So. Das müssen wir eh nochmal hin. Ups, das sieht schon mal ganz gut aus So, und jetzt müssen wir sie, glaube ich, auch resetten So, 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 aber das bringt uns schon mal ganz gut Wissenschaftszeiten, aber vor allen Dingen geht es dabei natürlich heute erstmal um Um Kohle So, alles wieder brav restored Take data, take data Dann sind wir nämlich, glaube ich, relativ safe Was das dann geht Ach Äh, Store Experiments Oh, IVR-Report, zack Store Experiments Äh Jetzt können wir noch hier direkt einmal ein Bild Machen Wenn wir schon mal über den Lowlands sind noch So Dann liefern wir das hier vorne nochmal ab Dann setzen wir uns erstmal in unsere Kapsel rein Voila So, hier sollte jetzt nämlich alles durch sein Yes Yes Dann gucken wir mal Ob wir noch Midlands scheinen wir den LVA schon zu haben Und dann kommt, glaube ich, auch schon Gleich 30 30 Kilometer Marke So, jetzt können wir das erstmal zu machen Und Was wir jetzt machen, ist gleich auf der Periopsis Mal bremsen Haben wir Haben wir Ausreichend Strom Ja, das sieht gut aus So Stable Orbit haben wir Und wir haben nochmal Entert Orbit of Mimus Und Spice Walk Im Orbit Damit Ist auch schon mal Da wieder ein bisschen was reinkommen Wir kommen gut vorwärts mit der Kohle Wir kommen Sehr gut vorwärts Was So So Also Strom war okay Das heißt wir können Wir müssen ein bisschen aufpassen Tatsächlich, dass wir uns auch wirklich gut in die Sonne ausrichten Achso Ich bin gerade vor der Taste ab kurz Ich habe gerade gedacht Na nun Warum trägt der sich denn plötzlich So sieht es gut aus So 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 lädt er schön schnell auf Dann gucken wir mal Das gefällt mir So und wir müssen ein bisschen noch aufpassen Jetzt wieder unter 30 Kilometer Wir müssen ein bisschen noch aufpassen, dass wir nicht zu lange hier bleiben Wir haben auch noch einen Rückflug Ähm Wir können jetzt aber durchaus ein paar Biome abarbeiten Ähm Wir müssen jetzt noch einmal aufpassen, dass wir gleich in 10 Minuten die Pirapsis erwischen Und auf der anderen Seite Biome, die eventuell für uns interessant sind, weil wir sie noch nicht hatten So lasse ich das jetzt offen Ja Warum hat er den Time-Rub nicht gebremst Ähm Bitte Please do Log Observation Data So So das waren die Highlands Gehen wir jetzt gleich mal ab Uh Es schleudert ihn mal ganz gut weg hier von seinem Container Es schleudert ihn mal ganz gut weg Aber Ich bin echt guter Dinge Dass das Dass sich das lohnt insgesamt So 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 Also noch 8 Minuten Bis zur Pirapsis Midlands Midlands Das ist cool Aber er hat auch den Zeitrauffer beendet, ne? Ja Sieht gut aus Also ich mach jetzt mal so kleine Schwünge Lowlands Midlands So jetzt sollten wir uns schon mal langsam Retrograd drehen Auch wenn das für die Sonne gerade nicht so zuträglich ist Aber unsere Unsere Dings sind voll Und wir können mal Den ganzen Kram einziehen Den wir jetzt nicht mehr brauchen Akut Einfach weil sich das hier erledigt hat So wir brauchen nämlich nur noch das Teleskop Und wir brauchen noch Äh Die EVR Reports Und dann können wir uns Damit die Taschen voll stopfen So eine Minute noch bis zum Bremsen Das machen wir jetzt schnell noch Dass wir sauber unter den 30 Kilometern sind Oh Da ist Eine neue Beobachtungsstation Schnell schnell Ich mach jetzt nur erstmal kurz die EVA und geh wieder rein Und dann machen wir den Rest nach dem Bremsen Und dann machen wir den Rest nach dem Bremsen Hm? Was bitte? Mein Name viel Wer baut eigentlich die Raketen? Das verstehe ich nicht Ich natürlich So Das reicht schon Jetzt haben wir es So jetzt können wir hier noch einmal einsammeln gehen Und zwar T-t-t-t Achso die die umkippen ja Die baut Die baut hier Streamlabs Und der scheint nicht so ein guter Raketenbau zu sein So Wir müssen gleich noch drehen Sehe ich gerade Weil wegen Sonne und so 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 auf jeden Fall Die Phase hier nutzen Um die Akkus aufzuladen Sonst passieren schlimme Sachen So sollte das ganz gut passen Guck mal laden wir mit fast vier Energieeinheiten auf Dann sind wir gut gewappnet für die dunkle Seite Und warten mal auf wir gleich was überfliegen Wo wir noch nicht waren Und dann sagt man schon Also reine Beobachtungsmission im Moment Midlands Ich warte eigentlich Dass hier quasi zwei neue Felder auftauchen Dafür finde ich es Science hier genau Eigentlich ganz gut Einen dann quasi bei einem Biomwechsel rauszureißen aus dem Warp Und anzugucken Was ich noch schöner fände Ist wenn das nur tun würde Wenn man ein Biom trifft Wo man wirklich noch was hat Was zu 100% noch nicht passiert ist Wenn man ein Biom trifft Also wo man richtig was von hat Aber Hey Man soll ja noch Wünsche haben Gibt es da noch mehr? Ne Doch Teilen muss ich jetzt sogar noch mehr Ah hervorragend Hier haben wir noch Endlich Endlich geht hier was So Bob It's your turn Eiffel Ach das war dumm Das war dumm Das wollte ich nicht So Und wieder rein Genau Diejenigen die die Mission Verlieren Die verlieren natürlich auch ihre Körperdolle Aber diejenigen die die Mission überleben Bekommen ihren Einsatz verdoppelt Richtig Es ist reine Zuckerei Es ist reine Zuckerei Es ist reine Zuckerei Es ist reine Zuckerei Lowlands hatten wir schon Mittellens hatten wir auch schon Lowlands hatten wir schon Holes Wahrscheinlich so effizienter Als immer zu kl- äh als immer die Taste zu drücken Ich klicke einfach auf den Pfeil Zip Wir müssen halt diese Flats nach und nach treffen Die sind noch interessant Da ist eins Ne Slopes Uh Slopes ist schwer Verdammt Zu langsam Aber vielleicht kriegen wir gleich noch einen Slope Die Hänge quasi Die sind nur sehr sehr kurz Außer man fliegt sie so seitlich ab Mit Glanz Hilf mir nicht Come on Gib mir nochmal Slopes Yes Jawohl Das hat nochmal geklappt So kann ich dich vielleicht von hier aus Oh guck mal Wie effizient Ich muss nicht mehr rumfliegen Sehr schön Sehr schön Das machen wir jetzt immer so Hooray Hooray Ich weiß gar nicht ob so viel noch ist Also wir müssten noch ein paar von den Flats haben Wir sollten noch ein bisschen aufpassen, dass uns nicht die Zeit ausgeht Immer braucht man die Valentin abgeben 32 Experimente schon das hat einen gewissen alter wird man kleiner ich kann meinem gespräch gerade nicht ganz fragen aber vielleicht ist das auch besser so ich überlege gerade aber wir haben noch 17 tage es ist noch okay das ist jetzt so ein bisschen eine geduldsaufgabe ich überlege gerade wie viel geduld ich tatsächlich habe das könnte jetzt klappen mit dem überflug das waren irgendwelche flats die ich schon hatte oder es waren keine neuen flats oder hat sie nicht erkannt oder wir waren nicht drüber irgendwas irgendwas wird ihnen gereicht haben es anzunäkeln jetzt das war sehr kurz nicht so weit vielleicht falls ich muss noch nicht zu sehr weiter gedreht hat ich bin mir diese blöde zurück nochmal bisschen was da drüben bisschen fies weiter gewandert das sieht gut aus kriegen wir nicht mit diesem orbit schade ich kürze jetzt einfach mal die strecke ab die ich hier drücken muss kräume kräume das könnte es sein das könnte der jackpot sein oder halt auch nicht great flats die great flats hatten wir schon no lands islands die-die-die-die-die kann auf jeden fall nicht sagen dass es sich die Mission zeitmäßig nicht lohnen würde. Jetzt. Greater Flats. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Die Geduld hat sich gelohnt. So, und ich glaube tatsächlich, wir haben jetzt alles. Wäre fast meine Vermutung. In Space. Low. Nee, in Space. Near. Minus. Flats. Die Flats noch nicht. Das sind nur die normalen Flats. Ich hoffe, dass wir die noch treffen können. Das wäre ganz geil. Wenn wir die noch kriegen. Wir haben noch 16 Tage Puffer. Also noch ist es okay. Wir müssen halt aufpassen. Wird schon knapp, wenn wir zurückfliegen. Das sind halt nicht acht Tage. Ich gehe noch einen Orbit rum. Also ich würde, wenn ich hier wieder bin. Das ist eh mein Exit dann. Ja. Das ist dann eh mein Exit. Also ich würde jetzt ein Manöver vorbereiten. Gleich. So. Jetzt machen wir hier ein Manöver. Um den Exit zu fliegen. Also der muss nicht ideal sein. So. Dann haben wir nämlich den Exit. Der bringt uns nach Hause. Und wenn wir bis dahin noch auf die Flats stoßen, nehmen wir sie mit. Und wenn wir sie nicht mehr treffen, dann treffen wir sie halt nicht. Dann können wir die ein anderem Mal noch machen. Da vorne könnte was kommen. Passt mein Winkel? Mein Winkel würde passen. Das wäre zu geil. Schade. Ups. Überflogen. Hoppla. Na gut. Warten wir mal. Und worgen ich jetzt hier hin vorwärts. So. Das ist dann. Umstunden. Come on. Schneller. Noch schneller. Okay. Cool. Ja, ich gehe jetzt hin. So. Dann haben wir ihn ungefähr. Ungefähr flach. Und dann machen wir mal gucken, was passiert. Oh, das macht er nicht gut. Äh, so. Muss ich hier ein bisschen... Yes. Da ist er. Guck, 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 guck. Boom. Alle geschafft. Dann können wir das Ding jetzt nämlich auch ausmachen. Wir haben alle Biome abgegrast. Mit allen verfügbaren Science-Instrumenten, die wir zur Zeit haben. Das heißt, wir haben jetzt jegliches Anrecht verdient, nach Hause zu fliegen. Das nenne ich mal... ...ne gute Mission. Eine wirklich gute Mission. Ja, Glück gehabt, ne? Dieses Manöververpassen hat uns jetzt tatsächlich den einen Orbit mehr beschert, den uns noch über die Flats gebracht hat. Sehr schön. Damit haben wir alle Biome erwischt. Und da machen wir doch erstmal eine Mate für auf. So. Jetzt alkoholfreiß. Cheers. Tschüss. Sehr schön. Dann bleibt ja nur noch Bodenscience. Dann können wir auch so Orbital Telescope und sowas deeskalieren fürs nächste Mal. Da wird ein bisschen was frei auf dem Slot. Also mal gucken. Alles, was nicht auf dem Boden funktioniert, brauchen wir dann einfach auch nicht mitnehmen. Vielleicht können wir da einen KISS-Container reinbauen für Bodenexperimente oder so. Mal sehen. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Gut, hier ist auch noch mehr als genug Fuel drin. Klar, wir sind ja auch nicht gelandet. Aber die Rakete an sich macht einen guten Eindruck. Funktioniert, glaube ich, ganz gut. Es ist zumindest noch nichts explodiert. Das ist denn Mate. Das ist so ein Limo-Getränk. Koffein halte ich. Und das hier ist so eine... Nennt sich Mio Mio Mate. Und das ist die Ginger. Also die Variante, wo noch Ingwer mit drin ist. Weil ich mag Mate pur gar nicht. Ich finde den Geschmack total widerlich. Ähm, aber Mate mit Ingwer finde ich erschreckend gut. Tatsächlich erschreckend gut. Ne, das höchstens ist Product Placement. Aber hier wird ja dafür nicht bezahlt. Ich mag das Zeug einfach. Kann ich jedes Mal mit einem Schluck neben mir die Facecam ausschalten. Das ist ja auch schwierig. So. Up into the Orbit. Strom sieht gut aus. Genau, so sieht's aus. Mio Mio Sponsorvertrag. Aha. So. Retro Grower Orbit, please. Ich bremse jetzt einfach direkt hier, weil wir es können. Nicht, weil das Sinn machen würde. Nicht, weil das besonders effizient wäre. Nein, weil wir es können. So, das Ding können wir einfahren. Dann können wir nämlich hier die Hedges zumachen. Wie die Rakete auch will. Finde ich optisch total schön gemacht. Ein bisschen weiter aufgehen hätten sie müssen. In der kleinen Variante. In der großen gehen sie deutlich weiter auf. Auf die Unterwasserlandung. Ja, ich hoffe, dass das diesmal ein bisschen besser klappt. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass das diesmal ein bisschen besser klappt. Äh, mal sehen. Mal sehen. So. Ich würde sagen, Bremsung einleiten. Wir brennen jetzt unsere Periopsis einfach runter auf. Willkommen zu Hause. Da sind die Mio dahin gepackt. So, und jetzt haben wir nämlich gleich auch noch, da können wir gleich gucken, wir sollten dieses World First Milestone Escape the Influence of Minmus, sollten wir jetzt auch noch schön mit einem dicken Bonus kassiert haben. Äh, weil wir die Policy noch aktiv haben. Die, äh, das Minmus Programm. So, und ich gehe jetzt auf direkten Reentry, aber ich bremse dann vorher noch runter, damit wir den Sprit los sind und einen sehr entspannten Wiedereintritt fliegen können. So, jetzt machen wir aber die Fallschirme schon mal fertig, dass egal was jetzt noch kommt, uns nichts Schlimmes mehr passieren kann. Also das waren auch nochmal knappe 62.000 oder gute 62.000. Wir sind jetzt fast bei 900.000. Das ist das 900.000, warum ich da immer so drauf rumreite, ist übrigens die Kohle, die wir, ähm, die wir brauchen, um, äh, R&D zu upgraden. Aber, da sind wir, glaube ich, mit guten Schritten hin unterwegs, weil wir kriegen ja noch die Kohle für die Erfüllung dieses Auftrags. Da fehlt ja noch was. Return to carbon from orbit of Minmus. Das gibt auch nochmal Kohle. Ähm, und dann fliegen wir nochmal hin und schließen das Programm noch ab. Das gibt auch nochmal 15.000 und kriegen natürlich auch einen neuen Auftrag dafür. So, als erstes der Bremsfallschirm. Der hat sich als recht zuträglich erwiesen. Den würde ich auch wieder relativ hoch aufmachen. Und dann halt Full Deploy auch schon auf einer angenehmen Höhe. Zack, so, dann sind die nämlich schön runtergebremst. Ihr geht dann auf, wenn der andere bei 6.000 Full Deployed, macht ihr bei 4.5 euren Halb Deployed, Copy to Other Shoots, Arm und Arm. Und der hier sollte auch sauber eingestellt sein. Genau, so, der ist aber nicht in der Symmetrie. Zack, zack, gleiche Spiel in Grün. Äh, 4.5 euren Halb. Und 1.000. Close. Arm. So. Und auch hier nochmal 4.5 euren Halb. 1.000. Arm. So, Fallschirme sind safe. Das heißt, wir können jetzt einmal gucken. Strom sieht gut aus. Wir stehen mit mehreren Paneelen in der Sonne. Das heißt, wir können... Wie lange brauchen wir zurück? 7 Tage. Essen sagt 15 Tage. Alles richtig gut. Alles richtig gemacht, Freunde. War peel. Es geht nach Hause. Es geht sowas von nach Hause. Wir haben noch eine Burn Time von... Oh, hier haben wir relativ viel. Hier haben wir auch noch relativ viel. Das sollten wir noch erledigen, auf jeden Fall. Bevor wir in die Atmosphäre einschlagen. Damit wir einfach dann auch ein bisschen langsamer sind. So, jetzt sollen wir mal gucken. Noch ist es zu weit weg. Um uns hier unbeliebt zu machen. So, jetzt sollen wir mal schauen. Irgendwie so. Grob über den Daumen gepeilt. Gucken, was passiert. So, ist okay. Hier ist irgendwo der magische Punkt. So, wir bremsen jetzt unsere Apo-Absis schön... ...auf eine gesunde Höhe runter. Dass wir nicht ganz so schnell sind. Und dirigieren gleichzeitig die Periopsis... ...so ein bisschen vor uns her. Und ich glaube, das passt ganz gut. Immer weg damit. Das ist halt sonst eh nur unnütter Treibstoff. Und das macht den ganzen Wiedereintritt... Ein bisschen entspannter für uns. Ein bisschen entspannter für uns. Ein bisschen entspannter für uns. so so ein bisschen bremsen das ist auch eine lange Geschichte hier die Bremsung wie fährt er noch? 2 Minuten Sprit aber wir sind schon fast fast unten mit der das sieht schon ganz gut aus das ist jetzt gerade nicht besonders effizient das werde ich gleich nochmal ausmachen und ein bisschen näher rankosten noch wir haben mittlerweile viel mehr Zeit ein bisschen aufpassen mit dem Sprit wir behalten uns jetzt lange im Dunkeln dadurch dass ich es so blöd gebremst habe so so Sonnenaufgang ist gleich ist nicht mehr so lange hin jetzt gehen wir mal hier hoch zack und voller frei so jetzt bremsen wir mal ein bisschen effizienter noch nicht perfekt aber schon ein bisschen besser sieht gut aus sieht gut aus das sieht gut aus jetzt müssen wir nur gucken ich hatte ja dieses Problem mit dem mit der sinkenden Kapsel dass uns das nicht wieder ereilt das wäre ein bisschen ungünstig vielleicht ist dafür eine Überlandlandung gar nicht schlecht wir haben ja relativ viel Treibstoff um das zu kontrollieren vielleicht ist es gar nicht schlecht den Orbit anzuheben ich hebe ihn jetzt einfach an ist ja egal wir haben es ja wir können ja ne genau lasst uns den restlichen Treibstoff nehmen um dafür zu sorgen dass wir kontrolliert über Land runter gehen weil die Kapsel das wäre noch eine Verbesserung fürs nächste Mal das hatte ich ganz vergessen dass wir gesunken sind dass wir vielleicht noch Schwimmer an die Kapsel ran bauen die wir auslösen können um mehr Auftrieb zu bekommen so die Sonne kommt auch schon mal rum auch das ist nicht ganz schlecht da kriegen wir wieder Strom rein so jetzt gehen wir erstmal auf die Periopsis die ja jetzt wieder im Weltall ist und machen dann dort ein kleines Bremsmanöver so da da wo sind wir denn gerade ach wir sind wir fliegen eh gerade über übers KSC vielleicht sollten wir versuchen hier irgendwie vorm KSC unsere Landung hinzulegen ach so ihr seid schon leer interessant dann auf wiedersehen Freunde Freunde Jutti dann Batterien aufladen sieht gut aus wir können ein bisschen höher mit der Nase einen besseren Anstellwinkel für die Solarpaneele zu erzeugen Voila haben wir das dann überhaupt hier das sollte reichen für die Nacht und dann machen wir eine schöne vorbereitete Landung auf dem Kontinent dann als Verbesserung für das Ding auf jeden Fall Schwimmkörper dass wir es bereit machen für eine Wasserung das müsste jetzt eigentlich kurz genug kommen hoffe ich das müsste jetzt eigentlich kurz genug kommen wir bremsen noch mal ein bisschen aber eigentlich ist da so viel Kontinent eigentlich kann man da gar nicht mehr ins Wasser fallen so Freunde dann noch ein bisschen die Akkus aufladen bis zum letzten Moment und Jutti dann Tschüssi Hoffen wir das Beste Habitation geht jetzt relativ schnell flöten ist mal nicht so wild wir brauchen die jetzt nicht mehr äh warum ist denn gerade der Hitzeschild einfach abgefallen und ein Dings was soll das denn jetzt der Hitzeschild ist gerade einfach weggefallen und ein Fallschirm was soll das denn das ist ja mies das ist echt unfair ja die werden sterben warum das denn das ist ja völliger Unsinn ich kann es jetzt nur durch Spinnen versuchen auszugleichen in der Hoffnung dass die Dinger sich warum hat er sich denn gelöst und der verlorene Fallschirm ist natürlich auch richtig bitterböse die beiden da unten werden drauf gehen also ich denke die Kapsel oben hat eine Chance das zu überstehen aber da unten die Dinger schwierig 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 wie gesagt vielleicht durch Rotation wenn ich Glück habe viele verschiedene Dinge nacheinander in die in die Sonne halten oder in die Hitze halten hoffen dass es reicht aber jetzt ist auch noch Strom alle schwierig 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 vielleicht reicht's vielleicht reicht's vielleicht reicht's komm überhitzt einfach nicht das reicht das würde reichen ich weiß halt jetzt nicht wie es mit dem Fallschirm aussieht aber das könnte man lösen indem die Körbels abspringen ok das sieht schon mal gut aus der Bremsfallschirm ist auch schon safe ich weiß halt nicht wir haben jetzt einen Fallschirm weniger als geplant mal gucken ok Bremsfallschirm ist da der zieht uns sauber runter ich lass jetzt den Bremsfallschirm dran in der Hoffnung also wenn wir unter 7 Meter pro Sekunde kommen wir haben jetzt immerhin auch das Hitzeschild verloren dann passt das ansonsten werden wir abspringen müssen ah wir lösen das so wir lösen das doch so Bremsfallschirm ist deployed auf 5000 Meter Höhe kommen die äh Silk und Mamo Dignit vielen lieben Dank fürs Follow übrigens bisschen in der Landung drin gewesen glaube ich so hier kommen die Hauptschirme ja Freunde sich darüber beklagen dass das ein Bug war können wir später immer noch jetzt gucken wir erstmal dass wir es gerettet bekommen wir haben wir haben wir haben das Baby schon mal durch die Hitze geschaukelt also es war gut es war wirklich gut dass wir so weit gebremst hatten und so langsam waren dadurch waren die Hitze Effekte nicht ganz so groß wir sind auch nicht weit vom KSC weg jetzt schauen wir mal was passiert sobald der Full Deploy kommt von den großen Schirmen wo wir dann stehen das wird bei ca. 1000 Metern Höhe passieren dann können wir nämlich einfach gucken unten sitzt Bob drin der Plan wäre dann nämlich mit Bob einfach abzuspringen ähm für den Fall dass wir die Toleranz nicht erreichen damit die untere Kapsel halt safe ist also die untere Kapsel halt einfach explodieren kann ohne dass es Bob in den Tod reißt aber jetzt warten wir erstmal was passiert wenn die Schirme gleich vorgehen hart am Limit das dürfte halten das dürfte halten bis wir unten sind sind das 6, ist ein bisschen knapp aber das passt also wenn jetzt nicht irgendein Bug zuschlägt landet das Ding einwandfrei nein ich habe keinen Teile versagen an ich habe nicht mal einen Mod dafür es ist einfach nur gebackt ich brauche da keine Mods für bei mir versagen die Teile auch so einfach so ohne meinen Zutun 6,7 Meter das sollte super gut passen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich habe ein bisschen Angst ich gehe nach draußen mit Bob und das war eine gute Entscheidung das war eine richtig gute Entscheidung mit Bob noch raus zu gehen beimusbau oh oh junk man runter contributions landet man natschen so bob wird mal als erstes recovered der hat wahrscheinlich allen grund den anzug zu wechseln ich sehe dort leichte design probleme auf uns zukommen vielleicht fliegen wir mit einer kleineren mission müssen uns irgendwas überlegen der maufaus vielen dank fürs follow so bob hat ein paar spannende sachen bekommen wo ist die rakete man sieht sie gar nicht dann muss ich so von hier recoveren von hier das kommt davon wenn man es krass hier umdreht wie bitte wenn die touristen werden dass die was abbauen echt so was habe ich sowas an können wir gleich mal gucken ich würde mir zutrauen ja ich sehe man ein 90 signs sehr sehr gut und wir haben auch noch ein bisschen kohle verdient schau mal vielleicht vielleicht habe ich ja sowas wenn die trünen vielleicht gibt sowas dass die wenn die touristen sind da wo sabotage betreiben das ich hoffe nicht es würde allerdings einiges erklären was da passiert ist was dann wäre es eigentlich auch schon wieder cool dann wäre es tatsächlich cool ich weiß dass ich einige von diesen assigen sachen eingestellt habe ach das ist die meuterei das ist also diese meuterei dass die einfach die bauenden sachen ab wie zum beispiel was ist falsch mit euch leute was ist falsch mit euch okay das müssen wir umdesignen wir brauchen habitation während der landung ja 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 alles gut also es ist absolut in ordnung gewesen ich nehme hiermit alles zurück ist kein bug es war auch gerechtfertigt mich um das problem zu kümmern ich habe mir das problem nicht selber eingebrockt ich habe mich eingestellt dass die wenn die keine habitation mehr haben dass die einfach durchdrehen und beginnen sachen kaputt zu machen was total sinnvoll war ihren verdammten hitzeschild und ihren fallschirm abzubauen das sollten wir nicht noch mal vorkommen lassen okay okay sehr schön wir haben es aber geschafft und wir haben richtig die kohle abgesahnt was 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 haben wir denn alles erledigt world's first milestone wir sind returned from home from flyby of minmus bang returned home from an orbit of minmus bang we have gated the first scientific data from minmus bang immer schön mit dicken bonus dabei contract complete explore minmus contract complete explore minmus neue strategien und to boldly go hat noch mal wir haben wir haben jedes biome getroffen das heißt wir haben den das volle register to boldly go gezogen und ich würde sagen wir können jetzt feierlich dieses gebäude upgraden das haben wir uns verdient freuen das haben wir uns richtig verdient brauchen wir das brauchen wir einfach nur um weiter zu kommen auch recycling würde irgendwann mal sinn machen jetzt noch nicht so sehr wo investieren wir also wir investieren auf jeden fall die simple command modules weil langfristig macht es sinn hier irgendwie mal weiter zu kommen so und jetzt hätten wir die möglichkeit für die mission das würde die mission natürlich sehr vereinfachen dann könnten wir die noch mal ein bisschen neu designen und ich glaube das würde ich machen tatsächlich wenn wir mit drei kürbel zu fliegen weil das gerade war mir ein bisschen zu riskant ich würde auf jeden fall jetzt den mk3 also 1 bis 3 command pod kaufen dann haben wir drei kürbel command pod mit dem können wir dann auch die minimums mission mit landung und rückkehr in alle leben noch ein bisschen ein bisschen entspannter gestalten das mit der meuterei macht mir ein bisschen sorgen da muss ich mir in zukunft ein bisschen was überlegen für ohne hitzeschild aber ich habe doch das hitzeschild oder ich glaube das 2 5er muss ich nur bezahlen erforscht habe ich es schon so den kaufen wir auf jeden fall den kaufen wir das ist so ein space x teil oder schön schöne command pods können wir mal gucken ok den kaufen wir sowas von gekauft mainzell wird uns halt auch helfen bei der konzeption dieser rakete aber was mir auch noch helfen würde wäre komme ich schon irgendwie an diesen ich würde gerne den größeren probe core den größeren universal storage core haben das würde mich unglaublich glücklich machen aber ich sehe ihn noch nicht in dieser kategorie bessere solarpalde wäre auch mal eine maßnahme wenn die tracken könnten hätten wir gleich ein paar probleme weniger und ich glaube auch eine größere batterie die ist keine schlechte investition ja lass uns das mal mitnehmen strom fetzt so was passiert hier hier passiert noch größere pods erstmal nicht so wichtig landebeine landebeine ok 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 alles wird gut alles wird gut der container ist natürlich auch nicht ganz schlecht fuel cells sind auch nicht ganz übel das ist der ganze robotik kram specialist construction ihr könnt natürlich noch mal der große chor der große kurs hier drin kaufen wir kaufen wir kaufen wir damit kann ich das alles ein bisschen runter straffen damit kann ich das ein bisschen runter straffen in der rakete das hilft richtig gut 160 hätten wir noch frei große tanks als hier ist das braucht kein mensch zwischen population kann natürlich eine option sein die haben alle so unglaublich gruselige werte unglaublich gruselige werte so großer motor können auch noch nicht schlecht sein 355 der wäre natürlich die relativ gute leistung wir nehmen noch die erweiterte engine auswahl erstmal so ich glaube damit sind wir gut bedient und dann konzipieren wir jetzt mal einen neuen landeansatz für die minimus mission indem wir mit den neuen teilen arbeiten tatsächlich auch und uns überlegen wie wir die auch ohne meuterei zum boden runter bringen und domna vielen dank fürs follow und ganz herzlich willkommen bei den gabonauken ist auch schon ein paar minuten her so das lab noch nicht das lab noch nicht das mache ich in der raumstation nächste runde ach so erstmal sollten wir vielleicht gucken was ist eigentlich unsere nächste mission was müssen wir als nächstes tun land und man muss plant fleck und man muss check so haben wir noch irgendwas bring a green sandstone on minmos back to kerbin ok und position satellite in polar orbit of minmos den nehmen wir mit den nehmen wir mit die zwei touristen das könnte man natürlich noch machen dass wir die in container packen wir müssten eh irgendwas mitnehmen um um habitation zu erzeugen ok also wir nehmen zwei touristen noch mit wir setzen noch ein satelliten aus und generell verdienen wir eine menge kohle damit soweit der plan ne es ist ja die mimos strategie für bekörbelte raumfahrt aktiv so erster anlauf also aller allererste sache da oben kommt auf jeden fall ein großer fall schon drauf zack so und nächste sache ist ich glaube ich habe schon den iterant oder ich habe den iterant nicht leider schade der wäre es jetzt gewesen man kann zwei länder kennen bringt 1,5 aber im prinzip wäre es trotzdem okay den container mitzunehmen für so langfristige raumfahrt ähm weil wir dann dafür sorgen können dass uns die nicht wegfangen kann so das ist der ganz kleine dann ist das hier wahrscheinlich so der mittelgroße kann man aber bestimmt scale so dann haben wir hier eine schöne dicke batterie drunter dass da auch die habitation weiterlaufen kann während dem wieder eintritt das war die lektion die wir gerade gelernt haben und dann gibt es noch ein hitzeschild für die ganze nummer so und jetzt müssen wir noch gucken dass wir das sollten wir noch unbedingt noch testen dass wir genug Fallschirme dran haben damit das ding nicht stumpf abstürzt hallo kitty na und hallo triamann den hatte ich glaube ich auch noch nicht begrüßt und wahrscheinlich noch ganz viele andere von euch was nicht fair von mir ist und auch nicht gerecht zack so ich glaube dass das reichen könnte und wir machen noch ein ein dropchut einer reicht so aus sieht optisch sieht das ding schon mal ganz gut aus gefällt mir jetzt wäre noch die überlegung wir könnten natürlich einfach so ein bisschen mit landebeinen arbeiten das würde natürlich unsere unsere kapazität auf land zu landen also von der ganzen von der ganzen impact tolerance natürlich extrem nach vorne bringen wir sagen wir wir passen noch mal ein bisschen auf und machen das hier weil so landebeine haben natürlich einfach noch mal eine andere impact tolerance die haben eine zwölf meter pro sekunde toleranz so und wenn er dann absäuft dann säuft er dann könnten wir hier auf die höhe so haben wir diese blöden oh airbags ist jetzt die gute frage inflatable float 2,5 meter gibt es inflatable float auch inflatable float ist relativ also sicher ist sicher ne sicher ist sicher so würden wir es dann halt am schwimmen halten ich denke der inflatable float sollte mit ja oder natürlich die das ist eine schwierige frage ne ich glaube ich nehme den hier das ist dann so was wiegt das teil 0,15 tonnen ja das ist okay die wiegen alle das gleiche irgendwie macht es keinen unterschied das passt das passt vor allem sieht das auch ganz cool aus das hält uns oben es wiegt genauso viel wie die kleinen dinger es ist inline wir brauchen uns da keine sorgen drum machen das ist okay das ist okay für mich das ist ausnahmsweise okay für mich so wollen wir anfangen mit launch escape systems zu arbeiten prinzipiell wäre das ja befürworten zu befürworten aber ich habe noch nicht diesen zwischenfallschirm ich habe noch nicht das zwischen ding eigentlich wäre es ganz cool aber ich habe diesen ich habe diesen zwischenfallschirm noch nicht nee ich habe ihn schon mal gekauft aber heute gibt es noch kein launch escape system heute müssen wir es noch ordentlich bauen ausnahmsweise müssen wir es heute mal ordentlich bauen so kommen wir zum raumschöpf an sich die kappler sollte relativ klar sein also das ist unser wieder eintrittsgefährt mit dem wir uns nachher in richtung äh atmosphäre zurück wagen jetzt kommen wir zu dem paar also gut ist schon mal wir haben jetzt genug strom und genug habitation um damit durchzukommen glaube ich selbst wenn wir das ding jetzt voll bestücken mit sieben leuten haben wir habitation von 97 tagen wir haben da 8000 einheiten strom alles gut wir haben einen sehr großen heat shield ähm wenn ihn nicht wieder irgendein vogel abbaut ist das alles total in ordnung also ich bin da sehr zuversichtlich hier kommen zwei turis rein da oben kommen drei körbels rein ähm ja das passt denke ich ganz gut jetzt müssen wir raumschiff bauen also raumschiff sind verschiedene Dinge wir brauchen Lebenserhaltung also Supplies wir brauchen Stromerzeugung also Solar wir brauchen Experimente die wir mit runternehmen wollen wir brauchen gegebenenfalls eine Antenne natürlich auch wenn wir nach Hause funken wollen ähm und wir brauchen ein bisschen Antrieb um auf Minmus zu landen also jetzt kommt im Prinzip so wir fangen mal an mit der Rückkehrstufe würde ich sagen und arbeiten uns dann so langsam vor ähm und ich glaube für die Rückkehrstufe ach ist das fast ein bisschen viel ich würde ein bisschen kleiner tatsächlich gehen also kürzer das ist ja nur die Rückkehrsektion so und dann kommt dazwischen noch der ähm der Universal Storage Part äh guter Punkt Universal Storage ja 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 die haben gemeutert Antrax das hatte ich aus dem Kopf verloren dass ich das eingestellt hatte die haben in der Landung gemeutert ähm nee ähm die meutern nicht wenn die Supplies ausgehen die sterben nach 15 Tagen ähm aber wenn die Habitation ausgeht meutern sie und das haben sie auch getan die kleinen Mieslinge die kleinen Verräter die haben ihren eigenen Hitzeschild abgebaut und ihre Faltschirme also einen Faltschirme zum Glück nur einen Faltschirme die kaputten Typen so ich weiß nicht ob wir einen Quad brauchen ich gehe erstmal Triple ich gehe erstmal Triple ähm in der Hoffnung dass das reicht äh und wir brauchen natürlich auch noch das richtige Fairing dafür das wird heute wieder eine teure Folge heute heute kaufe ich sehr viel grundlegende Teile fällt mir gerade auf Triple zack und hier ist es jetzt so ein bisschen hier finde ich es schöner hier sind die Türen einfach ein bisschen größer hier kann man halt arbeiten finde ich ne das ist das sieht jetzt natürlich ein bisschen mächtiger auch aus wenn man es ausklappt geben wir heute geben wir heute komplett weiß ja heute geben wir mal weiß oder was gibt es hier noch nein das ist auch ein schönes ah wir gehen heute Porkjet Porkjet sieht gut aus Winter im Kaufrausch genau jetzt dreht er völlig durch jetzt haut er sie raus die Körbel-Dollar-Scheine aber soll ja auch funktionieren also von daher so Batterie würde ich hier heute keine mehr reinbauen wir brauchen nämlich tatsächlich nicht noch eine Batterie wenn wir da oben eine Achttausende haben aber was wir uns überlegen sollten ist wie viel Essen wir wieder mitnehmen auch hier gilt wir werden also ich gehe mal von wir werden nicht mit Max unterwegs sein wir sind mit 5 unterwegs das können wir natürlich entsprechend kalkulieren indem wir sagen hier Danbury und Dudgar das sind ja unsere Dings so der Antrax ist als Pilot mit dabei ah komm jetzt sollst du auch die Landung noch kriegen und Bob dann wieder als Wissenschaftler so die Abonnenten sind unterwegs nein die Zuschauer das sind ja nicht Abonnenten gebunden falsche Aussage so mit Current sind wir dann bei 7 Tage Happa Happa im Moment das ist natürlich ein bisschen wenig und jetzt können wir uns überlegen ob wir es nicht so machen dass wir achso ich habe schon wieder nicht umgestellt wartet ich gehe mal wieder in den Baumodus ein bisschen mehr ähm ich habe mich schon mal weggeklappt so da könnt ihr das auch ganz gut sehen so jetzt haben wir hier Happa Happa was wir hier nämlich machen können ist wir können natürlich auch statt Deploy All Base können wir auch sowas machen wie Deploy Primary Base so ähm oder eben Deploy Secondary Base und jetzt müssen wir mal gucken was wir alles an Experimenten tatsächlich mitnehmen werden mhm ob wir dafür überhaupt die Großen brauchen ich befürchte halt wir werden nicht ganz drum herum kommen hier was zu tun einfach weil die Nahrungsmittel halt gewissen Puffer haben sollten ich mache jetzt erstmal in der Theorie folgendes jetzt erstmal nur eine Arbeitsgrundlage um sicher zu gehen mit 35 Tagen sind wir nämlich ziemlich safe was mich noch total reizen würde wäre zu überlegen dass wir hier Recycling Module und vor allen Dingen Stromerzeugung für die dunkle Seite also Fuel Cells halt mitnehmen es gibt bisher nur die 9,60 pro Sekunde wie viel verbraucht der hier 0,52 pro Sekunde das würde also hinhauen wenn wir den mitnehmen was ist denn der Hydrogen Tank ohne den macht das natürlich nicht so besonders für Sinn Oxygen Oxygen ja da könnte man Sachen reinpacken aber das ist nicht der Plan Hydrogen da ist er ok er ist also da auch wenn ich ihn jetzt gerade irgendwie nicht sehe mit meinen glubschen Augen da ist er ok ok also kaufen 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 so dann hätten wir hier nämlich einmal eine glaubhafte Stromerzeugung die halt auch funktioniert wenn wir mal nicht in der Sonne rumgondeln und essen für 35 Tage das wäre ok für mich so jetzt müssen wir mit den Experimenten mal gucken also wir nehmen auf jeden Fall ein Advanced Materials Bay mit weil steht gar nicht zur Diskussion es nicht mitzunehmen und wir passen packen die Atmospheric Sensing Unit passt die da unten drunter noch jetzt deployst du da durch oder ja tust du und deploy mal das Barometer plopp das ist ok aber dann stellen wir die Kopfüber rein dann es ist immer die letzte Kombination die man probiert scheinmal hä genau so sehr schön dann passt nämlich die olle Antenne da auch raus so zack zack so und dann haben wir noch den die Advanced GU Unit die soll natürlich auch mit mit ihren GU Containern so was haben wir noch was haben wir noch was man hier schönes treiben könnte ok using low to high orbit or on the surface das könnte man natürlich machen rvps war glaube ich flight or not for used young atmospheric flight or surface deployment ok check das weiß ich nicht der Solar Partikel Dings also den kann ich mal ausschließen rvps Antenne nicht Magnetometer Boom ist auf jeden Fall geeignet sollten wir also auch mitnehmen haben wir noch irgendwas was wir so noch nicht hatten ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher der Solar es wird nicht explizit ausgeschlossen ne wir könnten es probieren ob der auf der Oberfläche funktioniert ich weiß nicht weiß es jemand von euch zufällig es wäre halt eine Option ne es wäre eine Option die Magnetik ne ich meine den Solar Partikel der Dings ist klar also das Magnetometer funktioniert das steht ja auch explizit dabei der sagt ja auch blablabla äh or on the surface ähm aber es geht um den Solar Partikel Kollektor da bin ich mir nicht ganz sicher muss ich sagen da bin ich mir gerade nicht ganz sicher oh ich bin auch irgendwie voll auf dem wartet mal Szene zack ich weiß jetzt warum die Alerts nicht mehr kommen weil ich einfach versagt habe so zack hervorragend dann haben wir das auch wieder gefixt so schon X-Science Filter ah guter 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 Lifehack ähm wie heißt das äh Solar Particles in Space in Space ne gibt es nur in Space ok dann können wir uns den sparen gute Idee das ist eine sehr schöne Idee ähm dankeschön Windseller das ist tatsächlich eine gute Idee so äh denken 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 was könnte man da unten noch mitnehmen was sinnvoll wäre und in Universal Storage reinpasst man könnte natürlich einen Live Support Recycler mitnehmen ne einfach mal um die Dinger zu testen einfach wenns geht so Live Report Live Support Recycling Modul zack 39 Tage ich glaube das ist fair ich glaube das ist sehr sehr fair jut 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 jetzt brauchen wir Stromerzeugung wir hatten ja gesagt wir machen jetzt mal Stromerzeugung in in ordentlich ich überlege gerade die wieder einklappbaren machen in dem Sinne Sinn dass wir landen wollen ich habe gerade überlegt ob wir die die ausgeklappten nehmen so und jetzt kommt so ein bisschen die Designfrage wie wir die Verteilung machen ich tendiere gerade dazu track all base track all base so und interessant sind für uns nachher hauptsächlich aber es ist egal so äh fliegen wir das denn nachher so kann man schon mal machen ähm machen wir eine 3er oder eine 4er Verteilung ich glaube ich mache eine 4er das korreliert dann ganz gut mit mit den Landebeinen und sowas so jetzt brauchen wir den Antrieb also ich würde ich würde für die Upper Stage Geschichte tatsächlich glaube ich gern mit dem Cheetah arbeiten bevor ich ihn jetzt kauf gucke ich nochmal ähm der Cheetah ist nämlich hat eine gute Leistung brauchen wir auf Minmus nicht unbedingt ähm aber er hat vor allen Dingen auch eine sehr hohe Effizienz mit 355 und ich glaube ich habe 330 wiegt auch ein bisschen mehr ich glaube ich habe momentan noch nichts was diese Leistung Specs so zusammen bringt meiner Meinung nach der hat 350 bei 1,75 Ton das heißt der Cheetah ist leichter und hat eine höhere Effizienz bringt dafür ein bisschen weniger Leistung ist aber völlig ausreichend 125 Kilo Newton auf Minmus also ich bin ich bin da eigentlich guter Dinge dass das so die Antwort sein könnte die Cryogenics sehe ich im Moment noch nicht muss ich sagen weil die Tanks halt so groß werden also mein Hauptproblem ist dabei halt einfach dass die Tanks echt riesig sind ansonsten sind natürlich effizienzmäßig sind die super aber die Tanks sind riesengroß so Cheetah ist ein großer Terrier er ist sogar effizienter als der Terrier glaube ich weil guck mal der Terrier ist halt nur 345 und der Cheetah ist halt 355 und das finde ich halt schon relativ interessant er hat auch eine gute Vectoring Range reizt mich sehr also reizt mich tatsächlich sehr ich finde den Cheetah sogar ist fast ein Cheetah Engine haaaa so den machen wir dann lackig ran guck mal der hat jetzt nämlich schon auf der Stage allein 1600 und ein bisschen Delta Vs so die Überlegung wäre jetzt was machen wir draus gehen wir mit dem Ding so an Start oder gönnen wir uns noch seitliche Tanks die das Ganze unterstützen ich würde fast zu einer Unterstützungsstruktur tendieren weil wir sind jetzt leistungsmäßig wenn ich mal gucke zack huch Settings aus Body Minmus nicht atmosphärisch wir sind bei einer Trust Rate Ratio von 12,01 so da ist richtig viel Luft nach oben Freunde richtig richtig viel Luft nach oben und man könnte jetzt natürlich sagen wir nutzen einfach diese Zwischenräume die wir hier haben um uns wieder so eine Landemeinstruktur zu erkaufen können nicht wirklich ein klick weiter rechts so sind sie sauber drauf so die Überlegung wäre hier wieder zu sagen es hat ja letztes mal auch wenn wir es nicht gelandet haben gehen wir davon aus dass das total gut funktioniert hat jetzt passen die auch grösentechnisch ein bisschen besser zu dem was wir hier treiben und könnten die jetzt eine Optik schmuh dann sollte es noch einmal gucken kollidieren die haben die kollidiert did it clip bisschen ne bisschen haben die geklippt dann müssen wir das noch ein bisschen verschieben oder wir nehmen tatsächlich auch klein ja die kleineren engines äh kleineren kleineren Tanks bringen uns gar nichts weil der Motor einfach tatsächlich zu lang ist ne das ist zu groß das ist zu groß wir arbeiten mit Landebeinen das ist heute ist heute ist mehr so Landebeine ist gut wir arbeiten mit Landebeinen also heißt nicht dass ich das Zusatztank Konzept komplett verwerfe ich mache es nur ein bisschen kleiner also heißt nicht dass ich das Zusatztank Konzept komplett verwerfe so so sind wir hier nämlich auch sauber wenn das Ding aufgeht zack da ist jetzt ein reines und hier können wir einfach den crossfeed anmachen so ihr habt eh hier profitiert als der das passt dann sparen wir uns die Dings wir strutten das Dings Grandparent Part so dann hätten wir hier nämlich nicht nur eine gute Plattform für unsere Zusatztanks guck mal das bringt uns nämlich hoch auf 2600 Delta V sondern wir können das auch noch nehmen um jetzt die Landebeine anzubringen und haben dann einen ziemlich sicheren Stand wo die Engine noch ein bisschen Freiraum hat und wir aber auch sehr in die Breite gehen damit uns irgendwie hier nicht komische Sachen passieren ich glaube das gefällt mir ganz gut so wie es ist weil dann haben wir wirklich eine gute Rückkehrsstufe mit deutlich Täter wir können auch noch wir können auch die Dinger noch eine Weile dran lassen wenn wir sagen wir fühlen uns noch wohl und dann sprengen wir sie halt irgendwann ab wenn wir sagen wir fliegen nach Hause zurück alles wichtige ist hier an dieser Stufe dran Antenne ist noch ein guter Punkt die kommt gleich noch ähm ich glaube das passt ganz gut genau Antenne nehmen wir diesmal mit letztes Mal haben wir sie weggelassen ja gut so viel Auswahl habe ich jetzt noch nicht ich würde sagen dann ist es die High Gain ähm ich würde gerade wie bauen wir die könnten die natürlich hier hinten ran tackern da kamert sie halt den Drogshoot ne das wäre mir ein bisschen zu gefährlich dann machen wir sie hier oder wir machen zwei warum sind die unterschiedlich was ist falsch mit euch war nicht zwei ich komme aber nicht zu schnell auf das ist eine ganz einfache Antwort somnus simplex ich komme nicht zu schnell auf sowas passiert mir nicht also man kann das aber auch noch einstellen kann hier rein gehen und sagen Dämpferstärke voll ist mit voll ist mit das Dämpfer null ich glaube so rum ist es ne also die Dinger bockhart einstellen kein Dämpfer volle Federstärke dann dann bewegen die sich auf Minmus gar nicht mehr das ist einfach als ob du zwei Stöckern landest so ich glaube so gefällt mir die Upper Stage ganz gut ein Tennis dran Dämpfer hoch Dämpfer hoch macht das Sinn? starke Dämpfung starke Feder Schuhe mal gucken wir probieren das mal egal alles für die Füße so das haben wir jetzt kommt Party Time Upper Stages oh jetzt haben wir dieses Optik Problem wieder lösen wir es in einer zauberhaften Engine Plate ähm das Problem was ich jetzt ein Stückchen sehe ist allerdings dass wir das nochmal gucken müssen das ist glaube ich genau der Freiraum den ich noch hatte zack und jetzt brüht die hier natürlich den Boden zack so ist okay dann haben wir da ein bisschen Luft wieder und das sieht trotzdem hübsch aus ja ja also da bin ich relativ schmerzfrei die Engine so ein bisschen in die Tanks rein zu klippen finde ich jetzt ist kein Weltuntergang da muss man nicht pepstlicher sein als der Papst jetzt irgendwie stundenlang dann rum zu konstruieren um drei Millimeter raus zu gewinnen also der Punkt ist halt das ist eine reine Optikentscheidung es bringt mir keinen spielerischen Vorteil ich kann auch diese Landebeine einfach abbauen und lande euch das Ding auf dem Triebwerk auf dem ich bin muss I don't even care das bleibt da auch stehen also da würde ich sagen muss man die Kirche auch irgendwann im Dorf lassen wo man wo man jetzt Clipping schreit und wo nicht mehr und da sehe ich es persönlich super entspannt bei sowas weil das verschafft einem ja keinen Vorteil in irgendeiner Form so Scale Default bla 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 alles gut ähm next wir wollten damit natürlich irgendwo hinfliegen hier würde ich tatsächlich nochmal ups nochmal den gleichen Engine bemühen einfach weil ich ihn für unterwegs tatsächlich für eine sehr gute Variante halte äh der uns da gut rausbringt Treibstofftransfer von den Tanks zur Hauptstufe ähm ich habe die die Kappler äh Crossfeed eingeschaltet also der wird versorgt ist alles geregelt schon alles schon geregelt so dann haben wir nämlich eine 1300 Delta V aber Stage mit der wir nach Hause fahren können auch jetzt geht das wieder los ja stimmt die Rolle auch nochmal so das wäre jetzt eigentlich so unser vielleicht machen wir es hier auch einfach aus ne wir nehmen nochmal eine Engine Plate wenn ich sie schon gekauft habe dann mache ich es auch in hübsch wenn schon denn schon Medium ist auch okay die Kappler huch jetzt müssen wir natürlich noch den richtigen Böbel treffen Check das sieht gut aus und jetzt gucken wir mal Paynote Ferring 1,8 ich brauche glaube ich das 2,5er hierfür ich kann das mal probieren aber ne ich werde auch nicht breit genug durch die beiden Tanks also wir sind jetzt doch ein bisschen in die Breite gegangen mit dem Raumschiff hohoho dicken Witz Entschuldigung war keiner äh ich glaube so sieht es gut aus ja das passt damit kommen wir um die Nummer drum rum so so zack ja lässt er mich das nicht noch weiter bauen knappe Geschichte zack passt aber das sieht gut aus so und jetzt müssen wir den ganzen Mist in den Orbit heben es hat genug für seine Inklinationsanpassung es hat genug für den Schuss nach Minmus es hat genug um sich halbwegs einzubremsen jetzt kommt halt der Part dass wir sagen okay cool aber es muss halt auch noch nach Minmus kommen Staging machen wir gleich und dafür brauchen wir glaube ich ein bisschen Upper Stage Bombs da würde ich glaube ich in den Skipper gehen aber ich bin mir nicht sicher ob der reicht wacom zack was hast du da 0,88 jo der ist für eine Upper Stage ist der okay ich würde ihm aber ein bisschen mehr einfach die Upper Stage muss mehr Arbeit machen also 1300 für eine Upper Stage finde ich total okay 700 finde ich ein bisschen dünn die Upper Stage leistet eigentlich immer die meiste Arbeit um irgendwas in den Orbit zu bringen das kann sie hier auch tun 0,71 ist für eine Upper Stage völlig in Ordnung wenn die Stage davor ihn sauber genug hoch kickt das machen wir jetzt natürlich so wir werden heute mal raketig bleiben ich guck mal inwiefern so auf der Größe sollte es schon sein so jetzt müssen wir mal gucken Ronan und Sipro vielen lieben Dank fürs Follow jetzt wo ich die Alerts auch wieder an habe bekomme ich es auch wieder mit weil ich ein verwirrter kleiner Mann bin oh hier sind wir in irgendwelchen Limits gelaufen vor längerer Zeit schon warum sagt denn keiner was IGIT 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 Längenmäßig haben wir ein Problem gewichtsmäßig noch nicht IGIT 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 ok lass uns Kompromisse schaffen hier können wir ein bisschen was sparen an der Länge hier können wir ein bisschen was sparen das muss er dann wirklich direkte Lamo zu gehen so dann machen wir hier einen kleinen Tank drunter statt noch einem großen zu so das bringt uns in die Längenverhältnisse wieder rein jetzt braucht man ein Main Sail ah der wiegt auch 6 Tonnen aber wir haben noch Platz 26,5 damn damn halber Meter wo kriege ich den halben Meter her ich meine die Antwort ist offensichtlich dass ich sie daher bekomme aber das nimmt mir dann natürlich die Luft zum atmen ein bisschen so ich mach das mal da oben also wir haben genug Bums daran soll es nicht liegen aber wenn ich es zusammenrechne haben wir hier halt 900 1500 so jetzt müssen wir ein bisschen in die Breite gehen also erstmal gibt es noch einen flacheren Tank an der Region ja der da der sollte mich ich davor bewahren hier zu verhungern ich will hier einfach ein bisschen mehr 35,6 ich finde ich finde das ist fair damit habe ich nämlich schon mal auf der Upper Stage ein bisschen mehr Druck drauf jetzt ich gerade überlege es ja doch ich will die ich will die mit ein bisschen so 914 sagt er mir bei 0,8 4 Trust Wait das ist als Upper Stage in Ordnung das heißt ich muss hier unten jetzt irgendwie 1200 Delta V die rauskratzen wir stehen bei 931 wir sind also nicht so weit davon entfernt und wir stehen auch Atmospheric bei 1,16 das heißt wir sind auch nicht irgendwie jenseits von gut und böse aber wir müssen natürlich uns irgendwas einfallen lassen ich würde jetzt erstmal den Klassiker versuchen nämlich mit zwei Boostern zu arbeiten das Problem was ich ein bisschen sehe ist dass glaube ich die großen Booster wir haben keine 20 Tonnen mehr ja so die Dinger wiegen 24 die Dinger wiegen 7,65 die könnten eine Möglichkeit sein BujaFlyer vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten so die bringen uns ein bisschen was die Frage ist bringen sie uns den Jackpot nachdem ich es suche den Jackpot nachdem ich es suche hoppla ok müssen wir einen tiefer ansetzen das bringt uns auf jeden Fall auf 1,4 1,4 1,4 trust weight wir sind dann bei 300 1,1 1.100 wenn ich großzügig runde aber eigentlich eher 1.000 durch die ganzen Gravitationsverluste 1.900 da mir fehlt so Mühe mir fehlt so Mühe mir fehlt so Mühe bei 35,7 Länge was bitte die Alerts nicht angezeigt was denn für Alerts die Follow Alerts im Chat Fragezeichen die Alerts sind eigentlich im Stream die müssen sie da sein jetzt oben links in der Ecke halt tauchen sie auf 3 Tonnen noch wie nö kein Alert ich teste mal kurz doch ich bin mir ziemlich sicher ich habe den auch eben gesehen aus dem Augenwinkel wegen dem Gewicht nicht ich bin mir ziemlich sicher dass hier funktioniert ich mache jetzt mal kurz ein Test Alert aber ich glaube das passt Alertbox Test Follow ist noch da alles ist super so naja ohne Booster werde ich nicht klarkommen also ich glaube die Booster brauche ich halt leider auch und ich verstehe gerade nicht was ihr mit Alerts meint die ihr habt oder nicht habt also das ist ja einfach ein Overlay aber im Chat aber im Chat gibt es keinen Follow Alert den gab es noch nie es gibt nur Alerts im Chat wenn jemand ein Resub macht also da ist glaube ich gerade irgendeine Synapse die ein Aussetzer hat bei dir in Erinnerung weil Follow Alerts im Chat hatte ich noch nie die und sind auch ohne Bot nicht drin also das vielleicht nicht durcheinander bringen dass die Follows im Chat keine Welle schlagen das ist ein reines Overlay die Follows so oder meine Synapse ist kaputt und ich habe es vergessen so wo kriegen wir so 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 ich weiß nicht ob die irgendeinen Impact haben die irgendwie nennenswert ist aber das ist halt so ein bisschen zumindest äh so jetzt zündet zuallererst 6041 zack 6053 so jetzt kommt eine Stage in der schmeißen wir die ganzen kleinen Dinger weg hmm jetzt bringt uns das schon soweit vorwärts bevor ich mir jetzt hier einen Arm ausreiße würde ich gerne mal eine Sache gucken was kostet das Upgrade von der Startrampe ich befürchte es ist zu teuer Dankeschön Dankeschön fürs Follow Namezahlen ganz herzlich willkommen bei den Cronauten nach der Mission oder habe ich noch irgendwas was mir im Voraus das geht schon wieder so hart ins Limiter ran ne 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 ich bleib dabei wir machen das wir machen das wir machen das jetzt das Geld gereicht nach der Mission upgraden wir einfach das Launchpad dann haben wir diese Diskussion nicht mehr mit dem Gewicht und der Größe das tut mir leid dass du dich um weltliche Dinge kümmern musst aber dann guck dir gerne den Rest noch im Vort an und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Livestream dann wieder schön dass du hier warst und viel Spaß mit den weltlichen Dingen die müssen ja nicht per se immer schlecht sein so ok wir müssen wir müssen mit dem hier arbeiten was wir haben und wir sind ziemlich 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 hart am Limit 2 Tonnen noch also es kommen auf jeden Fall Flossen ran da geht nix und es kommt auf jeden Fall natürlich auch und die wiegt halt auch noch was das darf man aber nicht vergessen ne Startramp ran so ist nicht viel aber sie wiegt was haaa was wäre denn wenn mit die Dinger hier ich bin in einer 4'er in einer so die 4'er noch eine 2'er Tja, und dann ist relativ Feierabend, ne? Dann ist relativ Feierabend. Zack, zack, da kommen die weg. Dann kommen die Booster weg. Dann geht's aufs nächste Triebwerk. So, wenn wir jetzt mal gucken. Was sagt Tante Engineer dazu? Tante Engineer sagt, wir starten mit 1,38 Trust Rate Ratio, was nicht besonders geil ist. Nach 3,3 Sekunden, das gibt uns halt 47 Meter pro Sekunde nochmal obendrauf. Ist da Feierabend. So, dann sind wir auf den ersten Metern. Ich sag mal, bei knapp über 700 Meter pro Sekunde. Das ist Stage 10. Stage 9. Was haben wir noch? Ach, das was mir gerade Sorgen macht. Ich hab so das Gefühl, dass hier gar nichts mehr übrig ist, ne? Wenn die Dinger ausgebrannt sind. Der zieht das so schnell leer. Den Sprit. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. 42 Sekunden Burn Time. Ich kann's mir fast nicht vorstellen, dass die Booster dann schon leer sind. Also, dass der schon kein... So, und... So, lass uns diese alberne Konstruktion da... Das ist eine Verschwendung. Das ist einfach eine Verschwendung. Wir nehmen die großen Booster und ziehen da so viel Sprit raus, wie nötig ist. Damit das gewichtmäßig inhaut. So. Alter. So, das sind 271 Meter pro Sekunde für 13 Sekunden. Das müssen wir... Oder das können wir ein bisschen runterregeln gleich. Snake, vielen lieben Dank für 20 Monate in Folge. Und vielen Dank für das Lobo. Auch wenn du dir das vielleicht hättest noch kurz aufheben müssen. Ob das Ding hier auch irgendwo hinfliegt. So. Aber vielen lieben Dank dafür. Jetzt haben wir nämlich diese Booster. Jetzt regeln wir die ein bisschen runter, dann brennen die auch ein bisschen länger. Aber wir regeln sie nicht so weit runter. Wir nehmen nun durchaus... Lass uns den ersten Anschub einfach mal mitnehmen. Was, was, was? Kannst du auch die kleineren nehmen? Kannst mehr Feststoff drin lassen. Ja, aber die haben nicht so viel Bums. Das ist halt... Das ist halt so ein bisschen der... Gedanke dahinter. Und dann brennen die auch ein bisschen länger. Zack, 942. Ich mach mal so. Zack. So, habe ich irgendwo massiv oversized? Dann können wir was sparen. Hier kann man natürlich drüber diskutieren, aber am Ende auch egal. So, hier können wir noch Monoprop ausnehmen. Nobody needs Monoprop. Niemand. Das sind auch wieder nur ein paar Gramm, aber es läppert sich halt, ne? Was wiegt diese hochgescalte Batterie? Hier gibt es die 0,95 Tonnen. Vielleicht das sind jetzt Strohhalmer, in denen ich mich festhalte, aber... Nix, halte Tonnen. Okay. Fetten Touris, genau. Es liegt an den fetten Touris. So, aber prinzipiell kann man damit fliegen. Die wichtige Sache, H6000... Lass mich mal rechnen, 3,5... Ich bin halt nicht mal im Ansatz im Orbit, ne? Nicht mal im Ansatz. Das ist halt so das Schlimme. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Das kostet die Rakete, 90k. Das ist halt so... Okay, okay. das ist ja die frage letzten endes ne dieses gewichtslimit macht mich halt fertig längenmäßig bekomme ich das hin das gewichtslimit ist so mein endgegner so ein bisschen gerade das ist so ein bisschen mein endgegner den ich zu kämpfen habe so 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 1,38 geht dann runter auf 1,12 das ist halt auch verheerend auf der höhe verheerend nach 13 sekunden was werden wir da haben vielleicht eine altitude von 7-8 km wenn überhaupt funktioniert nicht ne das funktioniert hinten und vorne nicht ich überlege jetzt noch gerade was ich anders machen kann was wiegt so viel die rakete ist natürlich alles andere als leicht warum ich darüber diskutieren ich nehme halt echt viel stuff mit ne dann dann Das war's für heute. Armee-Laketen ist immer so ein bisschen schwierig, weil die Bauteile so groß und schwer sind und ich hab halt noch nicht die, wo ist es, die großen Construction Docking Ports. Das ist halt die große Größe mittlerweile, das ist schwierig damit dann zu arbeiten. Was man allerdings überlegen könnte, ich hab den echten Docking Port. Um tatsächlich zu sagen, wir kürzen das insofern ab, dann machen wir halt noch andere Fallschirme. Ja, dass wir uns eine Tuck bauen, die das Ding dann, also dass wir uns eine Vorvariante des Apollo-Konzepts nehmen, wo man wirklich ein Orbital Rendezvous hat und damit dann rüberschiebt. Dann hätten wir nämlich, bam bam bam, eins, zwei, so, 1300. Das kostet uns die Mündungslandung. Okay, lass uns rechnen. Das sind 200, 2000, 3300. Ja, hier bin ich schon auf der Stage, richtig, richtig. Okay, wir verbrauchen im Zweifelsfall ein bisschen was von dieser Stage. Parken die im Orbit, holen uns eine Tuck ran und koppeln die an. Ja, dann machen wir das so. Die einzigste Sache, die ich jetzt halt noch sehe, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das ist vielleicht, ja, nicht reichen, gewichtsmäßig. Ein Fall für die klassischen Hilfstriebwerke. Ganz knapp drüber, dann können wir die Mühe runterskalieren. 85, oh. Okay. Wie toll ist das Upgrade des Longspads? Über 500k. Deshalb, nach der Mission überhaupt keinen Stress. Jetzt gerade nicht so, nicht so gut. So, und die gehen dann nämlich hier mit rein. Das zieht uns dann nämlich hoch auf 1,23. Das ist zumindest ein bisschen besser. Und 1,12 kriege ich, kriege ich einen Weinkrampf. Weil da verliere ich sofort wieder die Geschwindigkeit, die ich aufgebaut habe. So, so sollte es passen. Das geht ein bisschen höher. So, was seid ihr für Vögel? Du bist die Engine Plate wahrscheinlich. So, das ist erst ein sehr viel später abfallen. So, du bist die Engine Plate von dem, du kannst dich hier damit abfallen. So. Können sie tatsächlich auch gleich mitzünden, ja. Okay. Ich glaube, so machen wir es. Ich glaube, so machen wir es und schießen die jetzt in den Orbit hoch und gehen dann mit einer 2. Rakete hinterher. Der Trend geht zur 2. Rakete. Die machen wir dann Probecore gesteuert und docken die an. Und dann würde aber plötzlich, plötzlich, da haben wir jetzt das Gewicht wahrscheinlich nicht mehr frei. Plötzlich würde monopropulant Sinn machen, aber das ist jetzt ausgemonopropulantet. Das machen wir über die andere Kiste, die dann andockt. Das muss, da muss die sich drum kümmern. So. Hm. Das kann alles weg. Nur das Gerät da oben muss übrig bleiben. Probieren wir es. Oh, ich sollte noch ganz viele Dinge strutten. Richtig viele Dinge strutten. Sonst explodiert hier alles. Glaube ich. Das wird eh schon ein ziemlicher Space-Spargel. So. Zack, zack. Jupp, das sieht gut aus. Okay. Noch mal irgendwie ein bisschen... Bist du schon? Grand Planet Part. Ich glaube, das passt. Denkst du an die Fallschule? Oh ja, shit. Ah, die wiegen ja auch noch was, ne? Auch die wiegen noch was. Wie ärgerlich. Mach mal... Rein hier. Schon drüber. Ich probiere mal Gewicht am Ferring zu sparen. Den wir es nicht ganz so groß bauen. Check. Gut aus. Können wir jetzt fast schon wieder Monopropellant reinnehmen, ne? Die wiegen halt nix, die wiegen halt nix. Das wäre so gut. Das wäre so, so gut. Sehr gut. Sehr gut, Freunde. So, ich muss mal... wieder umschalten. Ich glaube, wir fliegen das Ding jetzt einfach mal und gucken, was passiert, oder? Lass uns gucken, was passiert. Stage 4 und 5 bitte tauschen. Hä? Ja, du meinst wegen dem Ferring, ne? Ja. Makes sense. So. Das wäre mir im Flug aufgefallen. Da kann man das auch noch fixen. Ich glaube, wir haben es. Wir fliegen jetzt mal los. Wir nehmen den bliebenen Neo. So. So. Wir holen uns hier noch mit in der Hoffnung, dass uns das nicht umbringt. Zack. Na? Dann starten wir das Ding mal. Darum haben wir jetzt alle lang genug gewartet. Ich glaube, ich glaube, das nächste Teil zu konzipieren, ich hoffe, die Startvorrichtung hält, ehrlich gesagt. Entschuldigung, Schraubendzieher und dem Akkuschrauber ist, glaube ich, kein echter Unterschied. Ich hoffe, die Startvorrichtung hält. Okay, sie hält. Das sieht auch komisch aus, dieses Raketchen, aber gucken wir doch mal, wie es fliegt. Ah, ich hätte vielleicht noch vorne so ein Aerodynamik-Raketchen draufsetzen sollen, aber irgendwas ist immer... Wir fliegen das jetzt. Los geht's. Alle drin. Los geht's. Andrax, mach einen guten Job, bitte. So, ist ja direkt verschossen. Jetzt heißt es... Überleben. 1,3 hat Trust Wait, das sieht okay aus. Ich verzögere mit Absicht ein bisschen den Turn, dass wir schnell Höhe gewinnen. Meine nächsten Stages hängen von Höhe ab. Okay, ich denke, jetzt können wir die Turn langsam einleiten. Wir haben auch eine 1,6er Trust Wait, die entwickelt sich jetzt auch ganz gut. Ich bin zuversichtlich. Chaka. Chaka. Es muss funktionieren. Ich habe die Touris an Bord. Gut, dass wir hier nur getestetes Material kriegen. Things not to do at home. Okay, das sieht gut aus. Wir haben schon 35 Kilometer ab und abseits. Wir haben noch ein paar Delta V übrig, mit denen wir arbeiten können. Wir sind jetzt schon auf 24 Kilometer Höhe. Ich hoffe, unser Staging kommt erst nach den 30 Kilometern. Dann wird uns unsere plötzlich auftretende Un-Aero-Dynamik nicht instant töten. Das sieht wirklich gut aus. Und weiter geht's. Ach du Scheiße. Unsere Trust Wait Ratio ist ein Trauerspiel. Um es mal nett zu formulieren. Vielleicht wird das auch ein Abort-Test. Mal gucken. Ach du Heilige. Wir verlieren Orbital Speed, ne? Das Triebwerk ist nicht leistungsfähig genug. Das reicht nicht. Oh, schau. Viel, viel, viel zu wenig. Viel zu wenig. Ach, Mensch. Ach gut, zu viel auf einmal gewollt wieder, ne? Zu viel auf einmal gewollt. Das ist jetzt die Quittung dafür. Die werde ich abbrechen müssen. Ich hoffe, ich hoffe, dass die Fallschirme mitspielen. Das ist die Strafe, wenn man so viel auf einmal möchte und einfach noch nicht so weit ist. Also mit der Infrastruktur. Wir brauchen auf jeden Fall. Great. Auf die. Auf die Dinges. So, wir können wir probieren. So, wenn wir so noch eine Chance haben, ist das auch nicht so viel besser, ne? So. Obwohl, wir wollen eigentlich einen weit gestreckten Winkel haben. Das ist mir da eigentlich schlecht, nur noch ein bisschen fliegen. Schön flach reinkommen. Ich bereite hier mal alles für den Abbruch vor. Discovery. Nominal MECO. Ohms 1. Not required. So, damit sind gleich... Fallschirme safe. Naja, dann testen wir zumindest bei den Re-Entry. In der Hoffnung, keinen umzubringen. Okay, also das Triebwerk ist eine schöne Idee für den Flug nach Minmus, aber war gänzlich ungeeignet für die Upper Stage. Das war... Das war das Designproblem der Rakete gerade. Das war das Designproblem. So. Couple... Surface... Retrograde. Na dann, testen wir mal den Re-Entry, würde ich sagen. Wir sind ja schon mittendrin. Der ist jetzt natürlich nicht... Bei schlimmstmöglicher Geschwindigkeit. Oh, jetzt die Schilder angeschlagen. Auch immer wieder peinlich. So, ich bringe uns mal ein bisschen zur Seite. Dass wir nicht mit dem Ding kollidieren. So, dann hoffen wir mal, dass wir flach genug reinkommen, dass das nicht ein Volldesaster wird. Also wir bremsen schon mal, das ist gut. Ich baue ein bisschen Gewicht noch ab mit dem Monoprop. Bremsfallschirm ist safe. Das sieht auch gut aus. So. Jetzt kommt halt der spannende Part mit den vier Fallschirmen. Sind wir da auf einem guten Weg oder nicht? So, Bremsfallschirm geht raus jeden Moment. Jawohl. Er hat, glaube ich, bei 6000 seinen Fulldeploy auch direkt. Das sieht alles ganz gut aus bisher. Sehr schön. Okay. Brems uns weiter runter. Genau. Ich habe noch ein bisschen Knautschzone, ja. Aber erstmal will ich sehen, dass die Sachen funktionieren. Im Zweifelsfall können wir auch einfach das Floß noch aufblasen. In der Hoffnung, dass es noch mehr Luftwiderstand erzeugt. Jetzt gucken wir erstmal, was passiert, wenn die Fallschirmen im Fulldeploy sind. So, da müssten sie kommen. Und pinnen uns einen bei. Discovery, nominal Miko, OMS 1, not required. Okay. Das, ich hoffe, dass der Puffer reicht, dass wir die Touristen nicht killen mit der Aktion. Eieieieiei. Eieiei. Zu wenig. Zu wenig Fallschirme. Das ist das Problem. Der große Hauptschirm macht halt echt viel aus, ne? 12 Meter pro Sekunde ist schon bitterschnell. Ich hoffe... Aha, das wird den... Das zerstört den Container. Das kann ich nicht mehr schönreden. Das kann ich nicht mehr schönreden. Das wird der Container nicht überleben. Wir kommen zu schnell ins Wasser rein. Also vielleicht dadurch, dass es Wasser ist noch, aber eigentlich nicht. Eigentlich dürfte da nichts mehr zu retten sein. Ja, scheiße. Das gibt eine dicke Konventionalstrafe. Aber nur auf die Dings. Nur auf die Reputation. Das ist bitter. Aber es säuft nicht ab. Okay, die Körbels haben überlebt. Okay. Moin, der Zerschneider. Ja, sowas passiert. Ich glaube, von der Konzeption her... Das können wir alles noch wieder rausreißen. Das ist jetzt ärgerlich, aber wir hatten zumindest keine... Also wir hatten nur eine Reputationsstrafe. Das war schon mal okayisch. Das hätte alles schlimmer sein können. Dann vereinfacht es aber auch unsere Mission ein bisschen. Vereinfacht es sie ein bisschen. Ich glaube schon. Ich kann die Rakete jetzt ein bisschen umdesignen. Und das müsste für uns das Leben deutlich einfacher machen. Deutlich einfacher. Passt auf. Ich kann nämlich hier einen Cut ziehen. Zack. Braucht kein Mensch. Ach shit, dann haben wir wieder dieses Habitation-Problem, ne? Dann streiken die wieder und machen komische Sachen. Kriegen wir denn da oben Habitation rein? Gute Nacht, Crazy. Heute ist ein fummeliger Tag. Heute ist echt ein fummeliger Bautag. Ähnlich. Das Floß, aha. Mir ist schon nicht schlecht. Das ist halt mit dem Floß dann wieder doof, ne? Zu schweigen von dem Dings. Also für den Flug wüsste ich super easy, wo ich die Habitation unterbringe. Das kann man ja hier alles lösen. Es tut sich um mir zu schweigen. Ich fühle mich einfach wieder aus. Ah, die Habitation, ne? Das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, dieses in die Lande gefährte Habitation mit reinzubringen. Das ist natürlich ganz schön bitter, muss ich sagen. Wie kriege ich das denn in Zukunft generell gelöst? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur eine Sache, die mich jetzt gerade irgendwie trifft. Das ist ja... Kann man das irgendwie einstellen, dass die Habitation ab einer Höhe von 60 Kilometern egal ist oder so? Nee, mir geht es nicht um die Habitation für unterwegs. Also da haben wir jetzt gerade, glaube ich, ein Missverständnis. Mir geht es darum, wenn ich einen Wiedereintritt fliege und die Module abwerfe, dann gehen die Körbels in so einen Verweigerungszustand, bis sie, ich weiß nicht, auf 10 Kilometer Höhe sind oder 20 oder so. Hier sieht man das in den Einstellungen. Für diesen Part... Homeworld Altitude 25 Kilometer. Ganz ehrlich, ich glaube, hier würde ich so irgendwie mal auf 65 hochgehen, weil die Einstellung macht halt so überhaupt keinen Sinn. Ich kann keine Module mit anbauen. Weil so kann ich kurz vorm Wiedereintritt quasi das Habitation-Modul abwerfen, um noch Safes zu sein. Und dann sind die aber safe, weil es ist ja nur noch der Wiedereintritt, der geflogen wird. Weil sonst... Ich kriege da keine Habitation-Module mit ran. Das wird sonst... Sonst kommen wir nicht über den Moon hinaus. Weil in der Kapsel habe ich halt nur 7 Tage. Das ist jetzt so ein bisschen Erkenntnis natürlich aus der Nummer. Ich finde das schon okay, dass sie das außerhalb der Atmosphäre, dass sie das haben. So sind halt 5 Kilometer. Die kann man das Modul mit reinnehmen und dann wirft man es halt ab. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Man ist dann auf jeden Fall in einem Wiedereintritt unterwegs. Und hat aber nicht mehr diese Problematik, dass man irgendwie sein muss. Aber... 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 So... Mal gucken, wo ich die anbaue. Da hat es sie verschwinden lassen. Und wenn ich jetzt mit den Copulas arbeite, dann... haben wir erstmal wieder gewichtstechnisch natürlich Probleme. Alles gut. Aber wir sind Habitation mäßig bei... 14 Tagen. Das ist ein bisschen knapp. Okay, aber das könnte man auch wiederum lösen über ein... Über ein Wohnmodul, mit dem man gemeinsam unterwegs ist. Das wäre hier wieder kein Problem. Ne. Ne. Sorry. Äh... Crew transfertunnel. Schön, die sollen wir unten zu ihren... Dings kommen. So. Der rechnet, dass die Module an sind, ja. Das rechnet der. Sonst wäre es ein bisschen für die Füße. Können wir hier auch die da nehmen. Die hier sind, glaube ich... Vielleicht ist es aber auch eine Mischung aus beiden. Mal gucken. Tatsächlich effizienter. F-Tage. Don't lag, please. 22 Tage. Sag mal, beides, ne. Drei Leute. 22 Tage. Klingt wie eine... Faire Minimums-Mission. Aber sieht scheiße aus. So. Ne, wir nehmen vier von denen, denke ich. So, und das Problem, was ich jetzt gerade hatte, ist eigentlich... Hier zu suchen. Das ist das Problem, was ich so ein bisschen lösen muss. Der ist halt... Tja. Für das, was ich tun will, nicht leistungsfähig genug, ne. Das ist halt einfach so. Der hat jetzt 125. Vielleicht hätten die 250 schon gereicht. Vom Pudel. So, kommt noch eins. Auch noch schwierig, finde ich. Ich glaube, ich spiele das safe. Für den nächsten Start. Mal gucken, ob das so schluckt. Gewichtsmäßig. Ja, nicht ganz. Okay. Wie viel? Mühe. Da können wir nochmal probieren, hier noch ein bisschen kürzer zu gehen. So. Ihr Lieben. Lasst uns mal schauen. Was sagt denn hier der Start? Gute Nacht. Gute Nacht, Kitty. Wir nehmen ein bisschen Sprit raus, einfach. Da müssten wir schon direkt... Gibt es hier nicht so einen Zwischentank? Ne. Der habe ich auch wieder rausgenommen. So. Dann haben wir ein bisschen Luft wieder. Ja. Okay. Let's do it. Neuer Anlauf. Die Kürbels sind eigentlich bekannt. Jetzt schießen wir sie jetzt noch in die Umlaufbahn. Das müsste eigentlich hinhauen. So, wie es jetzt ist. Jetzt haben wir hier nämlich 1,14 Trust Weight. 2.600. 2.000. 3.000. Und hier noch ein bisschen was. Das geht schon. Los geht's. Achso, ja, shit. Fallschirme, ne? Ja, Fallschirme müssten eigentlich jetzt gefixt sein, weil... Sehr viel weniger Gewicht. Sehr viel weniger Gewicht. Das hat sich einfach durch die... Durch die andere Nummer erledigt, dass wir die Kapsel nicht mehr mitschleppen. Alles andere wird weggeworfen. So. Los geht's. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Müsste aber für ein Orbit reichen. Das müsste für ein Orbit reichen. Ei, 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 ei. So, äh, vorhin gab's, äh, Bits für die nächste Rakete und fürs neue Launchpad und alles. Vielen lieben Dank dafür. Und Nikolai, vielen lieben Dank für den Resub. Dritter Monat. Bronze. Ich war ein bisschen im Probleme rumbasteln vertieft, muss ich sagen. Also, danke an Vasco und Kitty für die Bits. Und danke an Nikolai für den Resub. Jetzt gucken wir, dass wir das Monster hier noch in Orbit kommen bekommen. Bevor alles zu spät ist. Los geht's. Discovery, nominal Miko, Olms 1, not required. Schabelpablon, vielen lieben Dank auch für deine Bits. Ich muss mir Glück bringen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen. Diesmal sind halt die Engines ein bisschen leistungsfähiger. Also im Prinzip ist es der Second Stage Engine. Der war mein Problem. Das ist, was mich gekillt hat. Der war wirklich... ...sch... 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 ...hoffentlich ist das nicht abgefackelt hier. Naja, ich bin zuversichtlich. Wird schon geklappt haben. Irgendwie. So, die erste Stage war vorhin kein Problem. Ich rechne auch nicht damit, dass es diesmal wird. Sie hat ein ganz kleines Mühe. Ich habe immer noch kein Irrwobütchen, das stimmt. Wird es jetzt wahrscheinlich auch nochmal gebracht. Für den dritten Anlauf dann. Wird es nochmal abbrechen. Genau, ganz kleines Mühe. Weniger Sprit als beim letzten Mal. Aber so in dieser Stage. Aber nichts Wildes. Gut unterwegs. Höhe passt. Entwickelt sich. Wir kommen auch selber gut in die Höhe. Kann ich auch das Ferry abwerfen. Dann müssen wir nochmal... ...schauen, was... ...die nächste Stage noch so viel unsbereit hat. Wir werden ein bisschen was wahrscheinlich auf der Länder-Stage fliegen müssen. Aber auch da bin ich ganz zuversichtlich. So, das sieht gut aus. Wir können direkt jetzt schon flacher gehen. Ich habe die... Ja, aber es ist schon längs im Griff. Sonst, wir nehmen jetzt... ...die Delta V, die wir gerade noch haben. Natürlich schön aus dem Problemfeld Gravitation raus. Indem wir stumpf auf dem Horizont gehen. Das sieht gut aus mit der Hitzeentwicklung bisher. Noch sind wir nicht so schnell. Und wir haben schon gut Höhe. Dann haben wir schön effizient... ... unseren Sprit eingesetzt. Da wird noch ein bisschen was kommen müssen aus der Upper Stage. Oder aus dem Länder. Aber den können wir später wieder befüllen. Wenn wir eh ein Docking-Manöver machen. So, kaum Hitzeentwicklung. Das sieht alles echt super aus. Na denn... Nächste Stage. Das ist das? Jups, kluss. Jutti. Mit dem wandern wir jetzt erstmal in den Orbit rein. Ich schau mal schon mal die Evitation an. Und wir ziehen jetzt ein bisschen Stromerzeugung rein. So, lassen wir uns ein bisschen coasten. Und... Ich weiß nicht, wo es genau ist. Aber irgendwo ist der Recycler. Irgendwo habe ich einen Recycler mit verbaut. Weil noch ein Slot frei war. Start Live Support. Okay. Attract all base. Sehr gut. So. Freunde, wir sind im Orbit. Das hat schon mal geklappt. Jetzt machen wir da noch... Also, wir sind fast im Orbit. Wir sind suborbital. Aber... Ich lasse das gelten. Ach, wisst ihr, was ich abgebaut habe? Meine Antenne. Da sollten wir noch eine Ersatzantenne mitbringen. Neos Inventory. Da ist ein Schrauber mit drin. Das ist gut. Wir bringen noch eine Ersatzantenne mit hoch. Mit dem... Mit dem Schiebegerät. So, jetzt machen wir schon in dem Orbit hier noch fix und fertig. Guck mal, in der Nase. Und dann kommen wir in. So, das sieht doch gut aus. Ob es steht. Antrieb aus. Wir sind erst mal safe. Habitation hält nur 14 Tage. Das heißt, in den nächsten 14 Tagen brauchen wir jetzt natürlich noch mal irgendwie ein bisschen bessere Habitation. Das machen wir jetzt aber gleich. Und zwar werden wir jetzt eine relativ schnelle, schöne Transportstage bauen, die wir hochschießen, um uns mit der Stage zu treffen. So, dein erster Orbit-Antrags, genau. Ne, es stimmt gar nicht. Hab die aus dem Orbit gerettet. Das ist auf jeden Fall schon ein zweiter. Das ist dein erster Orbit, aus dem du hoffentlich nicht gerettet werden musst. Fassen wir es so zusammen. So. Jetzt gucken wir mal schnell, wie das aussieht. Herr Spanker, wie war denn das Grillen? Wie war denn das Grillen bei dir so? Da, 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 da. Da, komm. Jetzt aber. So, so, so. Äh. Ich glaube, der Part ist gar nicht so schlecht. Aber der Part ist für die Füße. So. Ähm. Container wäre ganz gut, ne? Irgendwas 2,5 Meter Payload-mäßiges. So was hier. Hammer. Das, das ist, was ich haben will. Sehr gut. Äh. Darauf setzen wir so einen komischen... Ne, nicht den. Sondern den und den. Das sind meine Adapteure, um, äh, in die Richtung zu kommen, dass ich mitspielen darf. Größenmäßig. Da haben wir noch ein bisschen Platz. So, dann kommt hier ein Probecore rein. Das ist das modernste Modell, was wir haben. Ja, ne? So aus. Überfressen. Überfressen, aber gut. Ja, das ist ja der typische Effekt von so einem... Von so einer Veranstaltung. Wenn du beim Grillen warst und bist danach nicht überfressen, das geht nicht mehr, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Einfach irgendwas falsch gemacht. So, und jetzt nehmen wir hier ein bisschen Monoprop mit rein. Das ist nämlich auch schon... Äh, vielleicht schieben wir die noch ein bisschen hoch, damit das nicht so komisch aussieht. Das ist aber Stock so. Nicht, dass jemand sagt, ich klippe hier rum. Das Stock hat gesagt, das soll so aussehen. Aber ich, ich, ich baue es zurecht, dass es ordentlich aussieht. So, dann haben wir hier unseren Probecore drin. Da bauen wir jetzt einen Tank dahinter. 2,5 Meter. Also, da bauen wir eine Batterie dran. 2,5 Meter, wer hätte das gedacht? Da bauen wir so einen Kontrollhattie dran. Und scannen den auch auf 2,5 Meter hoch. So. Und dann bauen wir das da ran. Und ein Triebwerk aus der Effizienzklasse Cheetah. Ach shit, ich brauche noch die Engine Plate. Sonst sieht es wieder doof aus. Zack. So, die brauchen auf jeden Fall auch Stromerzeugung. Gerne auch vier davon. Wenn es geht. Die brauchen auf jeden Fall dann auch Docking Equipment. No Patrol raus. Und die brauchen auf jeden Fall Antennen. Ähm, ich nehme jetzt mal einfach nur Better save than sorry. So, in diesem Mal habe ich dazugelernt. Äh. Ich mache nochmal rein. Wie sieht denn der Fuel Flow aus? Okay, er zieht. Das ist sauber. Okay. Propcore, Antennen, Strom, Docking Adapter, RCS. Sieht gut aus. Ich glaube, damit kann ich ihn bewegen. Ähm, das Ding hat an sich 3000 Delta V. Wird insgesamt dann ein bisschen weniger sein, wenn er die andere Kiste noch mit bewegt. Ist aber völlig legitim. So. Zack. Zack. So, und hier machen wir jetzt einen Skipper drunter. Damit ich mich nicht wieder ärgern muss. Und packen das hier drunter. Oh, da ziehen die Kappner. Zerschmissen. Ach, seht ihr? Dann habe ich die Habitation ganz vergessen. Die Habitation wollte ich noch mitnehmen. Mann, 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 Mann. Ich finde den Overlay sehr gut so. Ich muss ihn ein bisschen kleiner machen, weil er ein paar Sachen tatsächlich spielrelevant überdüdelt. Also ich muss ihn tatsächlich noch einen Ticken verkleinern. Aber für den ersten Testlauf war es erstmal okay. 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 So, dann haben wir nämlich auch die Habitation, weil sonst ist das ja... Ihr wollt ja noch Habitation mitnehmen. Gut. Wir sind schon wieder bei irgendwas drüber. Jetzt ist es nur noch die Höhe. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Die Höhe, die Höhe, die Höhe. Können wir... Hier was machen. Zack. So, da haben wir diesen halben Meter da auch noch rausoptimiert. Mifft die Nase weg. Ne, die Nase nehme ich mit, aber... So ist okay. Zack. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Kann man mal gucken. Zack. Nächster hat 1,34 und wenn ich ihn wegnehme, noch 1,22. Völlig okay, finde ich. Jetzt geben wir das Rechtsgewicht hier, glaube ich, wieder rein. Im Sinne der Booster-Unterstützung. Dann fliegt er nämlich auch ein bisschen länger. Dann sieht das auch schon ganz anders aus. Dann hat er nämlich 1,39. Zack, zack, zack. Du hast dann 0,95. So, wenn ich das zusammenrechne... Achso. Ich habe jetzt gar keine echte Upper Stage, ne? Ich habe halt nur ihn selber. Aber er selber hat 5.000 dann. Das heißt, wir beschleunigen ihn einfach nur raus und fliegen ihn dann zum Dings hin. Wow. Sounds fair. Ich hoffe, dass das funktioniert. Er soll ihn ja nur rüber transportieren und dann quasi wieder zurück. Mal sehen, ob das so hinhaut. Ob das so hinhaut. Okay. Staging. Den Start machen wir noch heute. Den Start machen wir noch. Ich bin sehr gespannt, wie sich das so fliegt. Wäre gut, wenn es funktioniert. Wäre wirklich gut, wenn es funktioniert. Sonst wird es langsam ein bisschen teuer. Mit meinen Abenteuern hier. Abenteuer. Worst Wortspiel ever. Gut, wir wollen... Lass da abfangen. Lass da abfangen. Okay. Sieht gut aus. Wir starten. Mal gucken, wie das so funktioniert. Also jetzt auch ein bisschen mehr Sprit in den Boostern drin. Dann brennen die natürlich eine Weile länger mit. Da kommt dann auch was wieder rum. Das wäre gar kein guter Schraubkorb. Ja, tatsächlich selber arbeiten. Wir haben schon jetzt das. Ja, gut. Ja, gut. Damit... Guck mal, hier sieht es aber gar nicht schlecht aus. Ich muss nur dann rechtzeitig so eine Hygiene rausschicken. Sobald die Atmosphäre nicht mehr ganz so dick ist. Damit ich eine Funkverbindung halten kann. Und es wird irgendwann auch echt Zeit für ein Satelliten-Netzwerk. Das wird mich noch eine Weile ärgern hier. Das ganze Thema. Na, traue mich schon die Antenne zu extenden. Ich traue mich mal, über 40 Kilometer, das muss ja nicht gehen. So. 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 Ich hoffe, dass meine Funkverbindung nicht zu zeitig abweist. Jetzt komme ich schon mal wieder in die Stage. Ich bin auch schon glücklich gelaufen, ne? Ah, ich denke mal nicht dran, dass diese Upper Stage so unglaublich lahm ist. Verdammt, das funktioniert nicht. Was ich hier gerade treibe. Ich werde wahrscheinlich die Verbindung verlieren gleich. mal Körben, Space Center hinterm Horizont verschwindet und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Schwung aufgebaut, um das gleich noch zu fangen. So. Dafür fehlt mir einfach noch zu viel. Ah. Ärgerlich. Schlecht geflogen. Einfach schlecht geflogen, tatsächlich. Das hätte ich besser fliegen müssen. Höhere, höhere Kurve. Dann hätte das auch geklappt. Höhere Kurve mit dem Abstand. Heute ist ein bisschen der Wurmduner. Heute verbrenne ich ein bisschen Kohle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb werde ich auch den zweiten, den zweiten Start glaube ich nicht mehr machen. Der ticker zu schnell runter. Ich kriege ihn nicht. Passiert halt auch nix. Hier passiert halt auch nix. Geschwindigkeitsmäßig. 0,45. Das geht alles, wenn man schon mal eine gute Parabel aufgebaut hat und einfach Zeit hat. Aber wenn ich so flach rangehe, da habe ich mich jetzt gerade selber mit gekillt. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Was sagt denn die Kohle? Die Kohle sagt, es wird langsam echt teuer, was ich hier treibe. Nicht gut. Wenn ich es noch irgendwie eingefangen bekomme, aber es sieht finster aus. Ja. Komm schon. Lass mich nicht so sehr im Stich. Das sind noch ein paar Kilometer bis zur Atmosphäre. Ich bin nicht so langsam. Es ist... Es fehlt halt nicht mehr viel, um mich zu retten. Es ist halt immer noch nicht ausreichend. Ich fahre in 400 Meter pro Sekunde. Ich fahre in 400 Meter pro Sekunde. Ich kriege ihn vor der Atmosphäre gefangen. Ist nicht schön, aber ich kriege ihn gefangen. Ich versuche jetzt, so schnell wie möglich flacher zu pitchen. Ich muss ihn jetzt mal kurz aus dem Dive rauskommen lassen. Ist nicht geil, aber ich kriege ihn. Ich kriege ihn gefangen. Alles ist gut. Hier der Vertical Speed geht... Also wird besser. Ich kriege sie aufgefangen. Ich glaube, du hast ein Glücksspielproblem. Es tut mir leid und die Antwort ist nein. Allein schon, weil du's bist, ist die Antwort nein. Primär deswegen. Eigentlich ist es nur, weil du's bist, die Antwort nein. Sorry, Bro. Langt das Delta V für den Transfer? Auch das werde ich sehen, wenn ich angedockt habe. Jetzt gerade langt es, um mich in den Orbit zu schleppen. Das ist alles, was ich wissen muss. Was ist denn Dive? 75 Kilometer. Alles ist super. Wir sind glücklich miteinander. Wir bringen mich in die Orbit. Sehr gut. Ich hab ihn. Diese Rakete muss noch nicht abgeschrieben werden. Noch. Wo immer ich gerade mein Funksignal herbekomme. Danke, liebes Relay. Ich weiß nicht, wer du bist und von wo du sendest, aber... Ich danke dir. Gleich mal gucken, wer das Relay ist. Irgendwas relayt mich gerade. Was ist das? Tatsächlich. Mein Comsat Gen 1. Rettet mir den Arsch. Das war knapp. Das Stocking machen wir nächstes Mal. So viel kann ich euch schon mal sagen. Weil du dir bist auch schon mal hören. Ich weiß nicht, wer du bist ja. Da gerne Rettet mir吧. cái personage interessort ist, weil ich sage mal, auch ganz- aufgereikt mindful dasí, dass das. Untertitelung des ZDF, 2020